Ja, moin und herzlich willkommen zu Target Priority, dem ziemlich kompetitiven 14K-Podcast. Ich bin Sebastian. Ich bin Benjamin. Und Mann, ist das heiß. Ja, Target Priority, der ziemlich tropische 14K-Podcast. Ja, so kann man das sagen. Also ich sitze ja hier in einer Dachgeschosswohnung und ich habe jetzt noch das Fenster auf. Ich hoffe, der Baulärm bleibt noch ein bisschen außen vor, weil die gegenüber natürlich auch gefühlt irgendwie eine U-Bahn-Station bauen. Die erste in der Stadt anscheinend. Wahrscheinlich auch die letzte. Das nervt ein bisschen. Aber naja, gut. Wir versuchen damit zu leben und dann müsst ihr hinten raus dann damit leben, wie es halt so ist. Ich brauche aber ein bisschen frische Luft im Nacken, sonst schmelze ich da hin. So. Ja, Mensch, schön, dass wir uns mal wieder hier treffen können und ein bisschen schnacken können. Es ist mal wieder ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Es gab Urlaube, die ist das. Die braucht man halt auch. Und währenddessen ist so einiges in der 40K-Welt passiert. Die neue Edition hat gestartet. Wir haben jetzt schon das neueste AFLQ irgendwo. Es finden wirklich Turniere statt. Also, mein lieber Mann, man könnte fast sagen, alles ist zurück zur Normalität, wenn irgendetwas denn bisher überhaupt zur Normalität zurückgekehrt wäre. Ja, Turniere finden ja nicht normal statt und so. Also, es ist ja nicht normal normal, aber zumindest 40K ist wieder ein bisschen, es ist wieder Bewegung drin und so. Ja. Das ist schön. Es gibt wieder was, wo man drüber sprechen kann, auch wenn nicht so viele Turniere stattfinden, weil es einfach Bewegung gibt durch die neue Edition. Ja, genau. Und das ist super, weil dann kann man in nächster Zeit halt auch irgendwie in unseren Social-Media-Outlets dann mal wieder ein paar andere Sachen raushauen. Also, ich habe versucht, in den letzten Wochen immer mal wieder Instagram zu befüttern mit ein paar Bildern, wie ich hier fleißig am Ahlen bin und so. Zumindest zu zeigen, dass man noch lebt. Und im Discord kriegen die Leute das ja sowieso mit. Aber es ist schon doch die typische Sommerpause irgendwie und die wollen wir jetzt mal langsam für beendet erklären. Und mal in die, ich nenne es mal erste Saison der neunten Edition starten. Schauen wir mal, was am Ende dabei rauskommt. Und zuallererst möchten wir natürlich mal ein bisschen auf soziale Medien etc. hinweisen. Ich habe schon den Discord angesprochen. Wenn ihr ein bisschen kompetitiv 40k schnacken wollt, dann kommt in unseren Discord. Zusammen mit den anderen 500 Leuten, die da sind, kann man sich ganz wunderbar unterhalten. Instagram habe ich gesagt, Target Priority 40k. Facebook-Seite genau das Gleiche. Dann haben wir einen wunderbaren YouTube-Kanal, der jetzt auch in den nächsten Tagen weiter befüttert wird, weil wir am Wochenende ein paar Aufnahmen gemacht haben. Ich hätte fast schöne Aufnahmen gesagt, aber ich habe auch ein Spiel gespielt und das ist definitiv keine schöne Aufnahme. Ansonsten möchten wir uns, weil wir es beim letzten Mal vergessen haben, Schande über unser Haupt, einen unserer wichtigsten Unterstützer, den haben wir direkt mal unterschlagen beim Bedanken. Und deswegen möchten wir das hier nachholen. Ganz großer Dank und viele liebe Grüße gehen raus an unseren lieben Matthias Erhard, a.k.a. Engels Häubchen oder E-Haube, der uns mal wieder mit einer kleinen finanziellen Spritze unterstützt hat. Das ist einfach Wahnsinn. Also was der Junge für uns tut, Hut ab. Wahnsinn. Danke. Kann man nicht anders sagen. Das ist echt irre. Vielen, vielen herzlichen Dank, Matthias. Das ist ganz, ganz toll. Wir wünschen dir alles Gute in den nächsten Monaten und vielen, vielen Dank nochmal. Du bist großartig. So. Kommen wir zu weiteren Großartigkeiten. Nicht teilweise für uns, aber vor allem für unsere Supporter, würde ich jetzt mal fast sagen. Denn wir können neben unserer Kooperation mit der Alliance Armory einen weiteren Partner vorstellen. Benni, wer ist das? Das ist der Dieb des Taschengeldes, a.k.a. der Taschengelddieb. Genau. Euer wunderbarer Store im Internet, wo ihr vergünstigt schöne GW-Artikel und Lego und weiß der Geier nicht was noch alles rund ums Brettspiel bestellen könnt, kleinen Abschlag bekommt. Richtig gute Sache. Der André macht einen Top-Job, hat sich auch gerade wirklich irgendwie ein bisschen in den Vordergrund gespielt, gerade zu Zeiten der Indominus-Box, als viele Leute, die aufgekauft haben und für ein Schweinegeld im Internet verscheuern wollten, hat er sich da so ein bisschen rausgetraut, Sachen aufgekauft und dann für einen fairen Preis wieder verkauft. Und hat das ähnlich gemacht zu Covid-Zeiten, wo einige Händler, die keinen Online-Store hatten, nicht wussten, wohin mit ihrem Kram und wie loswerden. Auch da hat er die anderen Händler super unterstützt. Und jetzt unterstützt er uns auch. Und zwar in zweierlei Form. Im ersten Falle haben unsere Patreons etwas von dieser Kooperation, denn jeder, der bei uns Patreon ist, kriegt ein paar zusätzliche Prozente beim Taschengelddieb auf ihren Einkauf. Super cool. Ja, das ist eine schöne Sache. Da wird diese Woche, wird es dann nochmal Infos an alle Patreons geben. Also von daher, nochmal ein paar Tage warten vielleicht mit euren Einkäufen und dann richtig zuschlagen. Freut uns. Das ist schon mal eine schöne Sache. Es freut uns. Es freut uns. Gewaltig, da auch ein bisschen Gegenwert tatsächlich jetzt zurückgeben zu können. Neben dem ganzen ideellen und finanziellen Support, den man bekommt. Und tatsächlich dann denjenigen, die da irgendwie immer wieder reinbuttern, auch einfach einen Gegenwert geben zu können. Neben natürlich unseren fantastischen Sechsenwürfeln, Insektenwürfeln. Tatsächlich auch was, was einem im Alltag mal ein bisschen hilft. Ich freue mich da riesig drüber. Genau. Ich finde das auch ganz, ganz fantastisch. Und genau, wie du schon gesagt hast, so ein kleiner Mehrwert, weil wir natürlich auch, wir bedanken uns lieb bei unseren Patreons. Aber so Worte können das schwerlich ausdrücken, wie viel Dank da wirklich hinter steckt, weil das absolut nicht der Normalfall ist, dass man, sage ich mal, jemanden so unterstützt, wie es unsere Patreons tun. Und dafür jetzt nicht den allerhöchsten Gegenwert bislang bekommen. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass wir das jetzt ein bisschen ausgleichen können. Matthias kriegt das übrigens auch. Ja, ja, klar. Das ist ja logisch. Das ist ja gar keine Frage. Genau, das ist das eine. Und das andere ist, dass der Taschengelddieb wahrscheinlich jeden Monat, wir müssen da den Turnus uns noch ein bisschen angucken, aber wir werden immer mal wieder, und damit meine ich, bleibt mit euren Augen auf unseren Social Media Outlets, immer mal wieder eine kleine Verlosung starten von wunderschönen GW-Artikeln. Die ihr dann gewinnen könnt, oder einer kann sie dann gewinnen, oder je nachdem, wie viele Sachen es sind. Und wir werden das nochmal näher beschreiben, sobald wir komplett alle Details haben. Aber es wird wahrscheinlich so sein, dass jeder, der ein gewisses Hashtag benutzt, seinen Namen in die Lotto-Kugel reingeworfen bekommt. Und auch da wieder kleiner Vorteil, wenn man Patreon ist, da ist der Name dann mal direkt zweimal drin. So, auch das als kleines Incentive, falls ihr euch gefragt habt, was bringt denn das überhaupt? Das bringt das. So, das ist ganz wunderbar, von daher ein letztes Mal vielen Dank an E-Haube und vielen Dank an André für die wunderbare Zusammenarbeit. Wir hoffen, dass das ganz lange so gehen wird. Und jetzt sind wir fertig mit Werbung, dies und das und kommen zu dem, worüber wir eigentlich ja immer reden. 40k, let's go. Let's go. Kurz die Agenda. Wir gucken auf die wenigen Turniere, die stattgefunden haben. Eine kleine Handvoll. Und was wir da vielleicht schon an Erkenntnissen für die Neunte rausziehen können, für das frühe Meta. Und dann gab es neben der neuen Edition auch direkt ein FAQ zur neuen Edition. Da müssen wir natürlich reinschauen. Da sind ein paar Klarstellungen drin, die teilweise eben klar waren und ein paar, die doch irgendwie überraschend sind. Und dann wollen wir natürlich auch brandheiß von unseren eigenen ersten Spielerfahrungen berichten. So die Spiele, die man reinbekommen hat. Wir hatten ein wundervolles Bootcamp. Da haben wir uns die Spitzkläger besucht aus Hesse. Da kamen die Kings of the Hill aus Düsseldorf. Da kamen Fred aus Berlin und die 40 Kings aus Oldenburg und um zu. Und wir haben hart gewürfelt, haben uns die Dinge um die Ohren geschmissen und getestet. Und das wollen wir natürlich auch erzählen, wie so unsere ersten Eindrücke sind. Missionen, Listen, Konzepte, all das gute Zeug. Genau. So sieht das aus. Wundervoll. Gut, dann starten wir doch mal direkt mit der Vergangenheit. Jo. Also, es war eine Handvoll Turniere. Das erste können wir, glaube ich, relativ schnell abhandeln. Da haben wir nämlich schon oft drüber gesprochen. Das war das Warp Hammer. Das vierte, das Wochenformat quasi, wo insgesamt sechs Spiele, nee sogar sieben mit Geisterrunde stattfanden. Und jede Woche dann halt ein Spiel. Da sah es am Ende so aus, dass dritter, der Marv wurde, mit seinen Grey Knights. Zweiter, der Patrick Sebastian, der Gylon, mit seiner Elder Mechliste, gegen die ich im davor gehenden Warp Hammer auch schon spielen durfte. Die hat richtig Wumms. Und Fred hat es gewonnen mit Konklave und Shining Spears diesmal. Gewaltliste vom Feinsten hat es ungeschlagen durchmarschiert. Damit kriegt er das letzte Grünchen der achten. Sehr schön. Ja, herzlichen Glückwunsch. Weil es die achte ist, reden wir gar nicht mehr viel drüber. So ist es. Aber trotzdem herzlichen Glückwunsch. Natürlich. Ach so, Yannick wurde vierter. Das müssen wir natürlich auch. Also das war ja die Halbfinale. Und in diesem Fall macht es ja Sinn, über alle vier zu sprechen. Yannick mit seiner Crisis-Tau-Liste. Als es Tau noch gab. Als es noch Tau gab, genau. Dann gab es, ich weiß nicht, war das am 18.7. Kleines Teamturnier in, wo ist das? Boninchen. Ich weiß nicht, wo das ist. Man müsste da vielleicht mal reingucken. Mühlhausen in Thüringen. In Boninchen. Kleines. 1600 Punkte pro Team. 800 Punkte pro Spieler. Tag-Team-Turnier. Wir wissen nicht, wie die Listen sind. Aber gewonnen haben das. Der Ehre wegen. Paul Klein und Mario Schaaf mit Orgs und Tau. Glückwunsch an die beiden. Glückwunsch. Nette Kombo. Ja. Das sind noch Alliierte, sage ich mal. Gut, dann. Ich hatte auch irgendwo die Reihenfolge. Chuck, Warphammer. Dann sind ein paar abgesagt worden. Klar. Dann gab es das vierte Dice Arena. Neunte Edition-Turnier. Am 1.8. Ich denke, das in Boninchen war auch noch 8. Genau. Dice Arena in Chemnitz. Im Osten ist richtig was los aktuell. Die haben neunte Edition gespielt. Und da haben sich immerhin acht Leute zusammengefunden. Dritter wurde dort Nikolai Stocks mit AdMech laut T3. Zweiter Paul Klein, eben schon gehört, mit Tau. Und doch nicht so tot, Tau. Und erster ist Anonym. Ja, wissen wir nicht. Mit Custodes, das wissen wir. Geiler Typ. Custodes ist schon mal gut. Ja, genau. Die haben es da gerockt. Über die Listen wissen wir nicht so viel. 2000 Punkte wurde gespielt. Ja, wie dem auch sagt. Mehr kann man dazu leider nicht sagen. Aber Glückwunsch an alle. Ähnlich wenig, aber immerhin Ehre verteilend, können wir über das fünfte Mini-Paradise-40K-Turnier berichten. Auch da wurde neunte gezockt. Und zwar jetzt am vergangenen Wochenende, am achten. Und da hat es auf dem dritten Bronzeplatz geschafft, Steffen Ansorg mit Dark Angels. Oh. Zweiter uns à la Panzer Mike. Mit, wissen wir nicht. Wahrscheinlich Knights, keine Ahnung. Und Ultramarines vielleicht. Mein Tipp wäre auch eher Ultramarines. Und gewonnen hat Timo Hürten Brutus mit Space Marines. Cool. Ja, auch da haben wir leider keine Listen. Das wäre natürlich schon mal ein schönes, schönes erstes Dingens. Wie heißt das? Barometer-Gerät. Um zu gucken, was da so cool ist. Barometer, auf jeden Fall richtig. Ja. Aber gut. So ist das. Glückwunsch an alle. Ja. Ihr habt das gut gemacht. Und ihr habt euch wahrscheinlich auch bei extrem heißen Temperaturen im schönen Hessen die Würfel um die Ohren geworfen. Mit Masken. Mit Masken. Ja. Vorsicht geht vor. Vorsicht geht vor. So ist das. Wir können ja vielleicht nochmal ganz schnell da reingucken, was so in nächster Zeit stattfinden wird. Wird überhaupt was stattfinden im August? Wir haben hier eine Kleinigkeit beim Außenposten in Tuttlingen. Nächstes Wochenende und dann Ende August nochmal. Sauerbrücken und Ulm, die ihre Füße in die neunte Edition halten. 20-Mann-Turnier, 14-Mann-Turnier. Also schon ein bisschen was los. Im September ist dann bisher noch nicht so viel abgesagt bei D3. Ich denke auch, dass das meiste jetzt stattfinden wird. Also man hat sich so generell darauf eingestellt, wir brauchen ein Hygienekonzept. Man kann die Dinge eigentlich durchstarten. Ein bisschen gespannt bin ich auf Bettburg mit 48 Leuten. Tag-Team-Turnier. Weil da ja auch vier Leute dann eng an der Platte stehen, ob die das durchziehen. Aber sonst, denke ich, wird das alles so weit stattfinden. Ja, ich denke Hygienekonzept technisch, glaube ich, sind sogar relativ viele im Ausland und wahrscheinlich auch aus Deutschland. Der Steven Box von Vanguard Tactics hat da ja ein sehr, sehr, sehr gutes Konzept irgendwie vorgelegt für sein Turnier. Das ist, glaube ich, auch sehr häufig jetzt copy-pasted worden. Weil da ist ja irgendwie alles beigewesen. Da ist mit jedem, also Maske wird am nächsten Tag gewechselt. Dann überall sind Desinfektionsmittel bereitstehend. Dann gibt es nur Einbahnstraßen und weiß der Geier nicht was. Also da haben sich die Leute mittlerweile schon wirklich gut Gedanken gemacht. Für alle, die jetzt irgendwie sich überlegen, was zu organen, da definitiv einmal reingucken und meldet euch bei euren Kommunen, um mal kurz nochmal da die Sicherheit zu holen, dass alles in Ordnung geht. Ja, genau. Das ist ja letzten Endes das Entscheidende, dass die Stadt oder Gemeinde oder was da auch ihr okay gibt, das Ordnungsamt oder wer auch immer. Und dann kann das auch laufen. Ja, genau. Jo. Oder haben wir noch was aus dem tieferen Westen, hätte ich jetzt fast gesagt. Also uns ja schon quasi näher liegend als Thüringen und Chemnitz. Genau, auch an Ermangelung von Listeninformationen jetzt, die wir aus dem deutschen Raum haben. Wir haben netterweise vom Adrian von den Kings of the Hill ein bisschen was zugespielt bekommen. Der war nämlich mit Dominik zusammen in Amsterdam bei den Battle Brothers. Und da gab es ein Wochenende mit nicht etwa einem großen, sondern zwei kleinen Turnieren, zweimal drei Spiele, auch Brett Hart. Da konnte man dann halt auch mal zwei verschiedene Listen testen. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Idee, dieser Training Cages auch. Finde ich eine super smarte Idee. Ich glaube, na, hat das nicht der Organisator, war doch der DJ, der auch auf unseren Turnieren ist, ne? Dean, ja. Dean. Ja, und da ist es so gelaufen, dass am ersten Tag, ja, die Namen sagen uns jetzt nur bedingt was, aber Pierre-Yves de Planc mit Space Marines wurde dritter. Christian. Aber ich finde, mit so einem Namen darf man ruhig mal dritter werden. De Planc, da darf man nicht zweiter mit werden. Christian Gailard, mit Custodes zweiter. Und oben Malshot mit Orcs, hat den Sieg davon getragen. Und da gucken wir doch direkt auch mal in die Orc-Liste rein. Der hat gespielt. Das sind Specialist-Mobs, Pyromaniacs und irgendwas aus Saga of the Beast. Also, da ist drin ein Warboss mit Brutal Bot Cunning und The Biggest Boss und The Killer Claw. Dann gibt es einmal Gretchen, einmal Kommandos, zwei Burner-Bomber, dann ein Outrider-Detachment bezahlt für einmal Death Skulls mit einem Big Mac KFF, zweimal Kommandos, zweimal Megatruck Scrapjet, dreimal Megatruck Scrapjet, dreimal Shock Shop. Shock Jump Dragster, ein Warzboom Blast Jet, noch ein Warzboom, ne, insgesamt vier Warzboom, ne, die heißen Warzboom Megacannons, aber auch Warzboom Blaster Jets, sorry. Also, zweimal Warzboom Blaster Jets. Dann, kannst du kurz gucken, mit was die schießen, das würde mich sehr interessieren. Mit Warzboom Megacannons. Achso, oh, das heißt. Und Smasher-Guns. Achso. Und dann noch einen Chinook Warcopter. Den kenne ich gar nicht. Ich habe ihn noch nie gehört. Jedenfalls ist das die kompakte 2000-Punkte-Liste, also reine Mech-Liste eigentlich, ne. Mhm. Da geht, also das ist die eine Schiene, die Orks gerade auch einzuschlagen scheinen. Burner-Bomber, super wichtig. Und dann ganz viel, das sind so T5-Sachen mit viel Leben, so Ridge Runner-Style, ne. Und die sind halt auch ziemlich schnell, zumindest die Shock-Junk Dragsters können ja überall hinkommen. Die Scrap Jets habe ich jetzt mehrfach schon gehört, dass die diskutiert werden, ob das wirklich das Wahre ist. Und dann jetzt in der Liste halt auch insgesamt vier Flieger, ne, mit den Warzboom Blaster Jets und den Burner-Bombern. Ja, die Burner-Bomber müssen halt ganz schnell weg, sonst kannst du ganz schnell an die Arsch sein. Ja, also das ist der auch angekündigte Trend zu Fahrzeugen, nicht so sehr Transporter, aber Fahrzeuge. Ähm. Ja. Und an dem, das war ja das erste Turnier, beziehungsweise das war ja das Samstagsturnier, da ist Dominik, unser Dominik ist da Sechster geworden mit Mechanikern und der Adrian ist Siebter mit seinen Ultramarines geworden. Mhm, genau. Genau, ähm, ich hab vielleicht nochmal kurz vorgeschlagen, dass wir tatsächlich sogar die zweite und dritte Liste nochmal durchgehen, weil wir sonst nicht so viel haben, äh, einfach Interesse halber, noch vom ersten Tag, also von Christian Geilert, die Custodes-Liste, ähm, ist Shadow Keepers, äh, also, du musst mich aufklären, Shadow Keepers gibt es und noch irgendein Geiles, ne? Es, witzigerweise gibt es halt wirklich viele Geile, äh, Shadow Keepers ist der erste Go-To, so hab ich meine Liste auch gespielt, Shadow Keepers kriegen, also bei Custodes ist das so, die haben nicht eine überbordende Regel, die irgendwie jedes Modell kriegt, sondern die schalten damit einfach ein Warlord-Trade, ein Stratagem und ein Relikt frei, und bei den Shadow Keepers ist das Stratagem halt der Hammer, das kostet 1 CP und gibt Minus-1 auf Stärke für alles, was in die Einheit reinschießt oder reinschlägt. Mhm. Das ist ganz gut, macht die noch ein bisschen stabiler. Ja, ganz häufig ist das ein effektives Minus-1-2-Wund, ja. Und wer will sowas nicht mitnehmen? Ja. Gut, also die Liste, ähm, besteht aus Valor, also Trangern? Jo. Ein Schildkapitän, ein Schildkapitän, ähm, mit, was ist das, irgendwas, Commander, Indomital, Constitution, Misacordia, Silvo Launcher, Superior Creation. Gut, alles klar. Powerade-Agrillis. Ja, okay, also das ist der standardmäßige Fett-Ausgebaute, Zweierhose, Dreierretter, Feel-No-Pain, neun Lebenspunkte, Charge-Rerolls. Cooler Typ. Ja. Der kann auch einfach alleine rumfahren, dem ist eigentlich die neue Charakterregel auch völlig egal, ne? Ja, also der, das ist halt ein Beefsteak, ich meine, man muss halt immer drauf achten, viele Leute haben, glaube ich, viel zu viel Angst vor den Kapitänen, als Kostole-Spieler möchte ich natürlich, dass das so bleibt, aber, ähm, da muss man, glaube ich... Ja, der Input ist halt viel krasser als der Output, ne? Ja, der Output ist halt überhaupt nicht krass, wenn er halt nicht chargen kann, weil dann kriegt er seine Wound-Rewards nicht, er hat halt nur Stärke 6. Ja. Wenn der mal festgehalten wird im Nahkampf, und jetzt ist ja auch nichts mehr mit zurückfallen, ähm, da muss man dann, ja, muss man dann halt wirklich gucken, dass man den irgendwie gehandelt bekommt, das ist gar nicht so schwierig, ehrlich gesagt. Ja, dann soviel zu den HQs, dann gab es zweimal, ähm, Kustodien-Guard mit Speer, also zwei mit drei, und einmal Sagittarum-Kustodien mit Mesec-Ricordia. Ja, ja. Die schießen ein bisschen besser dann, oder was? Die Sagittarum haben quasi drei Schuss-Heavy-Bolter und auf 30 Zoll und auf 15 Zoll ein Schuss, Stärke 5, minus 3 für 3 Schaden flach, und wenn die beide Profile schießen wollen, ähm, dann schießen die mit minus 1, also lässt, weil das eine Assault-Waffe ist, lässt man die eh immer rennen, und dann kann man, wenn man ein 15 Zoll ist, auf die Schaden flach. Okay, das ist doch gut. Ja, genau. Ähm, dann Aquilon-Termis. Jo. Lastrum-Storm-Bolter-Solarite-Power-Gauntlet. Ja. Dann den Farn-Otto-Vexil-Sprater, leider ein bisschen abgeschnitten hier, Vexila-Magnifica, das ist minus 1 zu hitter. Minus 1 zu hitter, ja. Ja, also noch stabiler. Dann zwei Caladius-Graf-Chanks und ein Telemon. Ja. Eins, zwei, drei. Bisschen Mac-lastiger, dafür eine Aquilon-Einheit. Wie viele Aquilons? Vier. Oh, das ist nicht viel. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn Modelle. Noch deutlich weniger als du. Ha. Ja, vier Modelle weniger, ja. Das ist auf jeden Fall, also Custodes ist im Moment sicherlich eins der Konzepte, das ganz hoch gefeiert wird. Ja, super geringer Model-Count, super elitär, sehr schwer zu töten, steht halt auf den Markern ganz gut. Ja, ob sich das am Ende durchsetzt oder ob es Antikonzepte dafür dann irgendwie auch relativ schnell gibt, werden wir sehen. Aber im Moment funktioniert das ganz gut. Ja, ich denke, das wird sich relativ schnell in Wohlgefallen auflösen, wenn die anderen Armeen ihre Listen finden. Bei Custodes ist die Listenfindung ja relativ einfach, weil du hast gar nicht so viele Modelle, aus denen du aussuchen kannst. Du hast einige Strategems, die einfach so gut sind, dass du die dabei haben willst. Da gibt es natürlich verschiedene Listenkonzepte, die man fahren kann, aber da werden sich die Gegner mit der Zeit auch einfach drauf einstellen. Und deswegen glaube ich, Custodes ist jetzt sehr stark, weil die Armee ist relativ, wenn du jetzt mal die Fortsport-Sachen weglässt, relativ günstig zusammenzutackern, ist einfach anzumalen und hat halt einfach einen Impact. Und ja, jetzt sind halt irgendwie viele gerade damit unterwegs, einige halt auch als Anfänger und auch da wird sich das sehr schnell dann irgendwie auflösen, weil die nicht so leicht zu spielen sind, wie man das gerne hätte, wenn du dann wirklich gegen gute Leute spielst. Ja. Judy. Dann haben wir eine Marines-Liste an Platz 3 gehabt. Das ist, ähm, hier ist das ein bisschen schlecht formatiert, sag ich mal, Ravengard Successor. Long-Range Marksman, Master Artisan, lange nicht gesehen. Unten Agent des Imperiums dabei. Nicht Gannon, das ist neunte Edition, alles ist neu. Äh, ähm, Captain in Phobos-Armor, Mastercrafted Instigated Boat-Clamour, ein Camo-Cloak, on Relic, special irgendwas, Corvidis-Bulls, weiß ich nicht. Ähm, cooler Typ jedenfalls. Dann Chaplain with Jump Pack, mit den üblichen Liter 9, Primaris-Lieutenant, zweimal Infiltrator. Auch in Phobos, wahrscheinlich? Äh, nee. Steht da zumindest nicht. Okay. Zweimal Infiltrator, einmal Scouts, mit einer Plasma-Pistole am Sergeant, Überraschung. Wer die Punkte hat? Drei Aggressoren, also einmal, nee, einmal vier Aggressoren, so. Einmal ein, zweimal, dreier Centurion-Squad, noch eine Colexus-Assassine, noch ein Centurion-Devastator-Squad, mit Glass-Cannons und Missile-Launcher, der davor war mit Hurricane Bolton und Meltan. Dann ein Eradicator-Squad und eine Thunderfire-Cannon, sowie ein Stormhawk-Interceptor. Bunte Tüte, also das ist nicht mehr die gleiche Liste, aber der Kern ist natürlich immer noch der gleiche. Also, die HQ-Sektion, dann Forward-Troops wie Infiltrator und Scouts und dann Aggressors und Centurions. Aber die Centurions sind ganz anders ausgekittet und dann Flieger dabei, Eradicator sind ja eh erstmal neu im Meta. Ja, wie gut das ist, das muss man natürlich alles jetzt so ein bisschen, also es sind 14 Leute, glaube ich, beim Turnier gewesen. Ja, das war auch bedingt aussagekräftig. Bedingt aussagekräftig, also von den Listen würde ich, also ich habe zwar bei Orks nur so ein, also der Überblick bei Orks ist, sage ich mal, jetzt nicht der größte, aber so ungefähr weiß ich schon, wie die funktionieren und da würde ich schon sagen, dass die Adeptus-Astates-Liste dann schon eigentlich vom Papier her auch die schwächste ist, weil die definitiv nicht optimiert ist in vielen Belangen, aber hat anscheinend gut geknallt. Ja. Jo, dann kommen wir zum zweiten Tag, da hast du schon angerissen, da ist dritter der Dominik geworden, mit Soros steht hier. Zweiter Kylo-Thompson mit Space Marines und erster der Adrian von den Kings mit Chris Tolis. Und auch da können wir ja mal kurz in die, in die alle rein. Gehen wir mal jetzt den Dominik, machen wir es von hinten nach vorne? Machen wir es von hinten nach vorne, ist irgendwie angemessen, ne? Dann haben wir da den Dominik mit... Darlas Hart hat er gespielt, Sisters. Und zwar Celestine und dem Triumph von Katharina, dann eins, zwei, drei, vier, fünf, sechsmal Battle Sisters und zwar sechs und ein Sarge oder Sister Superior, also siebener Squads, ein Hospitaller, ein Imagifier mit dem... Zwei Imagifier. Zwei Imagifier. Der eine mit Book of St. Lucius und Tale of the Stoic, der andere mit Tale of the Stoic und Roller Trade Beacon of Faith. Irgendjemand davon sorgt dafür, dass Minus zwei ignoriert wird, ne? Beide. Beide. Da kommt noch ein dritter in den Held. Das ist die grundsätzliche Fähigkeit von denen. Achso, das machen die sowieso schon. Gut. Zwei Exorzisten. Und dann noch ein Vanguard Detachment obendrauf bezahlt für Bloody Rose, Canones, Preacher, zehn Repenture, acht Seraphim, acht Seraphim, nee, einmal Zephyrim, einmal Seraphim, sorry, und ein Zorro Rhino, in dem die Repenture wahrscheinlich stecken. Das wäre das Normale, ja. Also das ist eine Sektion Board Control mit den Sisters, mit Stabilität halt einfach, ne? Dann ein bisschen Artillerie im Rücken und dann die Agro-Bäcken, Repentures und Seraphim und so, die ein bisschen Druck nach vorne ausüben. Also ich habe noch nie aktiv gegen Soros gespielt, deswegen kann ich überhaupt nichts dazu sagen. Ja, also ich habe jetzt gegen Soros, ich habe im TTS gegen Soros einmal gespielt und habe die jetzt relativ häufig auf dem Tisch gesehen. Also die sind schon echt gut, das muss man wirklich sagen. Also diese Regel, beziehungsweise diese Miracle-Dice-Mechanik ist natürlich, also A einzigartig und B einfach super cool. Beispiel, dass du gewisse Charge-Lengen, gerade das macht die Repenture ja so interessant, dass du die in der Karre saven kannst und dann schmeißt du die raus, dann gehen die, rennen die und dürfen noch chargen. Und wenn du halt auf deinem Miracle-Dice-Haufen irgendwie zwei Sechsen hast, dann chargen die halt sofort ihre 12 Zoll nach vorne. Das ist schon richtig gut. Und dann ist das gleichzeitig natürlich auch noch alles sehr, sehr haltbar, wenn du dir die Dings anguckst. Also dieses Spielchen von Valerius Heart. Valerius Heart ist ja sowieso Ignore minus 1 AP. Und dann mit den Imagifiers im Rücken, dann ignorieren die halt dann auch noch minus 2 AP. Das ist schon richtig gut. Ja, das denke ich auch. Einer der Schlüssel zum Gewinnen in den neuen Missionen ist sicherlich auch, stabile Troops auf den Markern stehen zu haben. Das zeigt ja auch der Custodes-Trend. Werden wir gleich auch nochmal sehen. Aber jetzt erstmal zum Platz 2 eine Iron Hands-Liste. Übrigens, also nochmal kurz zu dem Minus-Gedöns. Also das Tale of the Stoic ist das, was minus 1 gibt. Das hat nicht jeder, weil du mir einen von 3 Tales oder sowas suchen kannst. Aber du nimmst halt den. Am besten doppelt. Ja, dann die Iron Hands-Liste. Der gibt direkt 9 CP vor dem Start des Spiels aus. Ja, warum auch nicht. Hat der gar nicht mehr so viel, aber so ist das halt. Er hat den Eisenfader, Feroz. Dann Primaris Chapter Master. Primaris Lieutenant. Er nimmt. Infiltrator, Infiltrator, Squad. Dann 1, 2, also einmal 10 Intercessor, ein Hammer. Einmal 10 Intercessor, ein Hammer. Einmal 5 Intercessor, ein Hammer. Einmal 5 Intercessor, ein Hammer. Ja. Einmal 5 Intercessor ohne Hammer. Und dann noch mehr. Das ist ja schlecht. Mal gucken, wo das hier aufgehört hat, wo der Schnitt ist. Ich glaube, da sind keine weiteren. Okay, dann ein Ancient mit der Standard of the Emperor Ascendant. Primaris Apotheker als Chief Apotheker. Doppel Graf Drop, also 2 Devastator Squads mit Voll Graf. Ein Leviathan. Ein Drop Pod. Und das war's. Ja, Leviathan immer noch ein Staple in den Iron Hands-Listen, ne? Ja, also der ja jetzt umso mehr, seitdem man den dann nicht mehr in den Fußrand stellt und der nix macht. Ja. So, der tötet halt, was mit ihm im Nahkampf ist. Einfach, du kannst nur noch kontrollieren, was er tötet. Ja, hat ja immer noch eine gute Schelle, fährt der ja immer noch. Genau. Auch hier ist das Konzept eigentlich genau das Gleiche. Das ist eine ganze Menge Troops. Auch große Squads. Durch Iron Hands halt sehr stabil. Fünfer Retter, Sechser Feel No Pain. Haben die Fünfer Retter? Durch den Eisenfahrter. Genau, also super stabil mit dem Apotheker noch dabei. Und dann aber wirklich auch deutlich das Offensivpotenzial zurückgeschraubt, ne? Also mit dem doppelten Graf-Drop ist da natürlich schon eine Menge drin. Und dem Levi, der aber halt eine ganz andere Range bedient. Und dann halt die Intercessor mit einem Hammer drin jeweils. Das ist halt, ja, so ein bisschen, ja, ich kann mich noch wehren, wenn du mir zu nahe kommst, aber es ist jetzt nicht der gigantische Output, der da rauskommt. Ja, das würde ich so nicht sagen. Da ist schon ein guter Output drin. Also er hat ja auch Chaplains dabei und kann die damit buffen. Und da du ja, dass Space Marines ja immer plus eins Attacke kriegen, wenn sie chargen oder gechargt werden, dann kann da schon der Hammer nochmal ganz gut aufräumen. Ja klar, also dass der nicht nichts macht, ist klar. Aber es ist nicht so, also vom Damage-Potenzial nicht ganz so vergleichbar jetzt mit einem Levi oder einem Graf-Drop. Nicht ganz. Ne, genau, das nicht. Aber du überlegst dir halt schon wirklich zweimal auf so ein Zehner-Paket und dass das halt wirklich chargen wird. Genau, das meine ich halt. Damit ist es so ein bisschen so, ich stelle mich hier jetzt mitfiel auf Marker und entweder kannst du dich halt durch mich dringrinden mit Beschuss oder du chargst mich und dann musst du aber mit dem Echo leben. Genau. So, dann die Siegerliste vom Adrian. Nee, Kostodes. Kostodes, genau. Ja, geh du doch mal durch. Der hat in Beterian gespielt. Ja, der hat in Beterian gespielt, hat am Anfang auch ein paar CP ausgegeben. Zwei CP für den Dorn Eagle Jetbike-Captain, das der Victor of the Blood Games kriegt. Das heißt, dass der pro Runde immer einen Reroll hat. Er hat eine Colexus-Assassine dabei gehabt. Smart Move auf jeden Fall. Trajan, dann wieder der unbezwingbare Shield-Captain, den wir schon hatten und der eben dann Victor of the Blood Games hat. Er hat zwei Shield-Captains sogar dabei. Einen mit Dreierretter und Reroll Charges und einen mit lediglich Dreierretter. Tja, und der andere hat halt viel nur Pain und mehr Leben. Aber beide gut, schön dabei. So, und dann hat er ein Listen-Konzept genommen, was so quasi eins von dreien die Kostodes momentan super spielen können. Er hat einen Kostodes-Guard-Spam gespielt. Er hat insgesamt eins, zwei, drei, vier, ich glaube, fünf Mal Chups gehabt mit jeweils zwei Storms, nee, drei Stormsheets sind es sogar. Am Wochenende hatte er seine, nee, doch, zwei Stormsheets-Shields und einmal Speer. Also ordentlich fest. Fünf Mal, dann einen ganzen Haufen Alarus-Terminatoren. Das sind, glaube ich, insgesamt, jetzt muss ich mal gucken, vier, fünf sind es. Eins, zwei, drei, vier, fünf, nee, sechs sogar. Und dazu noch eine Fahne, aber auch auf einem Terminator. Für minus eins zu Hit. Genau, und das ist auch schon die Liste. Das war's schon. Und das ist quasi die Krönung dieses Konzepts, einfach stabilen Kram hinzustellen. Ja, also die Krönung, das kann man natürlich so und so sehen, aber das ist sicherlich mit den Dreier-Rettern auf den Schilden geht diese Liste halt nicht auf Output, sondern auf Input aushalten. Und dann schieß mich, oder versuch mich doch mal einfach von den Markern zu schießen. Und das funktioniert halt nur leidlich gegen Kostodes, weil du halt nicht mal eben irgendwie einen von irgendwo weggeschossen bekommst, sondern immer relativ viel Firepower oder richtiges Feuerwerk in einen Trupp reinballern musst. Das sind halt nicht irgendwie fünf Scouts oder so, wo du da den Knödelknarren mal reinhältst, sondern da muss halt dann schon wirklich gewichtiges Zeug reingeschossen werden, um die irgendwie wegzubewegen. Oder du brauchst halt Zugriff auf reichlich Mortal Wounds, damit da irgendwas funktioniert. Das war ja auch direkt dann die Achillesferse, das Ganze, ne? Genau, aber dann zusätzlich hat er halt noch die Alarus, die da ja auch noch rumjuckeln und in der Mitte erstmal irgendwie geschiftet werden wollen, die im Nahkampf auch einen biestigen Output haben. Im Fernkampf übrigens auch, ist auch gar nicht so schlecht, zumindest auf 12 Zoll kann da gut Feuerwehr kommen. Custodes rasieren einfach ganz gut Space Marines. Und darauf ist diese Liste halt auch zum Großteil auf. Und deswegen funktioniert die einfach auch wirklich gut. Feste Jungs, die auf den Markern hocken, alles obseg, alles gut. Und dann sitzen die in der Mitte oder im Zentrum der Map. Und dann kannst du halt überlegen, ob du da wirklich rein willst oder ob du nicht drumherum tanzt. Ja. Ja, mein Spiel dagegen, gegen so ein Konzept, steht noch aus. Aber auch, was ich jetzt beim Bootcamp gesehen habe, da steht halt am Ende vom Spiel auch einfach noch was, ne? Das ist schon richtig gut. Ja, also bei meinem Spiel gegen Jamil stand am Ende nicht viel. Aber bei dem, was da alles reingeflogen kam, muss man halt trotzdem sagen, dass da dann doch noch was überbleibt bei den wenigen Modellen, das ist dann schon krass. Ja, also Fazit davon, Trend geht zum Input. Also tendenziell so ein bisschen. Nicht absolut, aber der Trend so ein bisschen, eher inputstarke Sachen mitzunehmen, um diese Mission halt, dieses ich muss eine Runde auf dem Marker stehen bleiben, Dingen irgendwie zu gewährleisten. So, das scheint jetzt, also wir haben keine Hordenliste zum Beispiel gesehen im Vergleich dazu. Ja, zumindest jetzt hier nicht auf dem Turnier. Genau. Oder zumindest nicht in den Top 3, so. Ja, so. Jo. Das war der Rückblick. Jetzt haben wir doch noch ein bisschen was gehabt an Futter. Ist doch schön. Ja, das ist doch ganz wunderbar. Jo. Was haben wir als nächstes? FAQ-Zeit. Ja, gestern ist ein FAQ gedroppt worden von GW. Und zwar haben die noch mal ein bisschen die, einige Regeln für die Turniere oder für das, wie heißt das, Grand Tournament Package. Dann war noch was von Saga of the Beast, was für mich jetzt eher uninteressant ist. Das Einzige, was ich nicht gesehen habe, ist, dass die rausgenommen hätten, dass doch nicht alle Space Wolves Obsek haben, haben sie aber drin gelassen. Ja. Also, keine Ahnung. Großartig. Dann ist der Tauner genervt worden, weil 200 Punkte teurer oder so. Der Tauner hatte jetzt dann, wurde ganz kurz von einigen Tauschspielern gefeiert, die das Ding zumindest zu Hause stehen haben, weil unfassbarer Output, mächtig Input, weil der auch auf Drohnen abgeben kann. Output ist auf einem Level von drei Riptides easy. Ist halt auch ein Battlesuit und ein Titan. Also, das ist schon ein richtig fieses Vieh. Aber mit den Punkten-Hike jetzt, könnte es schwierig werden, da irgendwie den noch einzubauen. Auf jeden Fall würde ich sagen, dass einige vorhergetanene Bestellungen bei Forgeworld jetzt gecancelt werden. Ja. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ich liebe die Widerrufsfrist. Genau. Dann gab es, wurden die Power-Level angepasst. Das ist in erster Linie, klingt das jetzt erstmal, was interessiert mich das? Als Dämonenspieler interessiert dich das, weil du natürlich schauen willst, was kann ich denn beschwören? Gibt es da irgendwelche coolen Sachen, die dann irgendwie funktionieren? Alle Greater Demons sind ein bisschen billiger im Power-Level geworden. Da kann man dann zumindest mal in den Kopf reinstecken und schauen, geht da was? Oder geht da weiterhin nichts? Und für das Flanken ist halt relevant, also für die Tactical Reserves, Strategic Reserves. Genau. Da ist es natürlich schon relevant, da kann ich jetzt einen 20er-Trupp oder einen 30er-Trupp irgendwie für ein oder zwei CP, sehr guter Schwelle. Oder muss ich, ja, muss ich da jetzt mehr CP investieren, um keine Ahnung, 30 Ganten zu flanken oder was? So ist es. Und dann gab es einige wenige Regeln, die dann doch einen ordentlichen Einschlag, glaube ich, nochmal haben könnten. Also vorweggenommen, obskurt oder verdeckt, wie auch immer die deutsche Regel ist, die funktioniert, wie man es dachte, sagen wir es mal so. Da gab es irgendwie ein bisschen Scherereien, wann jetzt ein Modell obskurt ist, wenn es irgendwie in das Gelände reintritt und wenn nicht, wenn es ins Gelände reintritt, dann wird nach echter Sichtlinie geschaut, wenn da Fenster sind oder nicht und ansonsten siehst du es nicht. Das ist eine wichtige Klarstellung gewesen, weil dann manche meinten, da wird das echte Line-of-Side aufgehoben oder sowas. Also dass man die sehen kann, auch wenn man die gar nicht sehen kann, weil die da drin sind oder so. Ja, wer das spielt. Ja, da möchte ich direkt nochmal einen anhängen, wo es, glaube ich, kein FAQ für gab, weil einfach nicht klar ist, ob Geländestücke jetzt Base haben müssen, sollen, dürfen, haben überhaupt und du hast jetzt eine Ruine, die ist Obscuring und die hat eine Base und zwar so eine komische zerlaufende Pfannkuchen-Base wie manche im Club, wo du halt irgendwie nicht jetzt nur einen schmalen Streifen um das Gebäudefundament hast, sondern wirklich ein bisschen tiefer rein und so vielleicht sogar eine viereckige Base, auf dem eine L-förmige Ruine steht und jetzt habe ich doch schon stellenweise gehört, dass dann, wenn ich hinter diesem Ding stehe und zwar auch nur hinter einem offenen Teil Base und die Base gehört ja zum Modell, Nein! dass die Base dann auch obskürt. Nein! Ich weiß nicht, ich frage mich, ich sage auch Nein. So, aber argumentiere das mal. Das Ding steht da als L mit Viereck und dann ist eigentlich die komplette Form des Vierecks Obscuring. Mein Argument ist, du willst mich wohl verarschen. Ja, natürlich. Aber dann kommt Judge und sagt, ja, will er, aber leider darf er das auch. Ja, der Judge sollte aber im Vorfeld klarstellen, wie das geregelt wird. Ja, auf jeden Fall. Und nicht erst im Spiel. Ja, und das ist der Punkt. Es muss am besten wieder, also das sind noch wieder so diese ersten Kinderkrankheiten-Sachen, die Orgas halt auf dem Schirm haben. Damit es dann nicht während eines Spiels zur Diskussion kommt. Also das klarzustellen, hey Leute, unsere L-Ruinen, die wir jetzt alle im letzten halben Jahr gebaut haben, die keine Base haben, haben alle eine dreieckige gedachte Base oder so. Also das klarzustellen. Ja, eine Base von Kante zu Kante, von freier Kante zu freier Kante. Genau, und du bist dann drin, wenn du Fuß drauf hast, auf der Base, und zwar nicht, wenn du irgendwie den Ellenbogen eines Modells an die Wand stellst, so von außen. Das sieht man ja auch gerne irgendwie. Dieses finde ich auch ganz furchtbar. Also ja, auch das ist halt, Rules is written, halt irgendwie denkbar zu argumentieren. Was heißt on the terrain? Kann ich irgendwie eine Waffe auf ein Stück Dings, ein Stück Vorsprung, Mauer Vorsprung legen und dann ist er on the terrain, obwohl er nicht ansatzweise auf der Base ist und so weiter und so weiter. Also wir sind noch nicht durch, mit dem Thema Gelände, glaube ich. Also es ist total in Ordnung. Ich kriege einen Menschenverstand, aber das hilft ja irgendwie nicht in diesem Hobby. Ich finde es total gut, dass das, also, oder anders, dass wir uns darüber unterhalten und dass das geklärt werden muss, ist die eine Sache. Ich finde allerdings, dass die Regeln von GW halt wirklich nicht so schlecht geschrieben worden sind. also wenn man mit einem normalen Gedanken da rangeht, dann siehst du überall den Intent raus und dieses, das ist dann schon wieder, wir gehen dann schon, oder einige gehen dann schon wieder irgendwie in dieses totale Regelfickertum. Genau, und das ist genau das. Da kriege ich schon wieder so richtig, da gib mir das Messer auf. Ne, aber genau das ist es ja. Und genau davor muss man sich ja irgendwie auch schützen letzten Endes, ne, als Spieler. Das muss man auf dem Schirm haben. Ja, eigentlich schade, aber ja. Ja, genau, aber du musst auch, als jemand, der gerne mit gesundem Menschenverstand kompetitiv spielt, sag ich mal, das gibt es, da musst du dich einfach, das musst du auf dem Schirm haben, dass jemand kommen kann und seinen Plague-Burst-Crawler, bei dem ist egal, irgendeinem gewaltig Leviathan von außen an eine Ruine ranschiebt und sagt so, jetzt kann ich da durchgucken. So, und zwar nicht irgendwie mit der Base da ran, sondern mit der Waffe irgendwie aus 3-Zoll-Entfernung mit der Base und die Ruine berührt und jetzt ist, jetzt bin ich quasi im Obscuring-Modus, dass ich drinstehe und durchgucken kann. Damit, darauf muss man gefasst sein, dass man, dass man diese Diskussion am besten vor dem Spiel führt und sagt, wenn du mir damit kommst, dann kannst du machen, was du willst, aber ich spiele nicht mit. Ich finde das schon recht, recht klar ist, es gibt drin und es gibt draußen und drin bist du nicht, wenn du draußen gegen die Wand knutschst. aber naja. Wie gesagt, du musst du mir nicht erzählen, aber, ja. Ja, aber wie soll ich sonst erzählen? Ist ja gerade keiner da. Richtig. So, genau, also das ist dann schon mal, genau, Obscured ist zumindest teilweise geregelt worden, aber wie Benni schon gesagt hat, es sind halt irgendwie dann doch noch nicht alle Sachen so klar, dass man anscheinend ein normales Spiel machen kann. weiter geht es mit einer neuen Klärung, die Spielern wie Benni richtig wehtun und das ist, Fahrzeuge und Monster unter neun Lebenspunkte geben kein Lookout-Sher mehr. Ja, oder kein Charakterschutz quasi. Genau, das ist ja Lookout-Sher. Ja, das ist, natürlich der Intent ist hier, dieses Loophole zu stopfen, dass ein Chaplain Dreadnought den anderen Chaplain Dreadnought schützt. So, was da fehlte, war, also, es ist ja so, du darfst als Charakter nicht beschossen werden, wenn ein Einheit aus drei Modellen, mindestens drei Modellen oder ein Monster oder Fahrzeug neben dir steht. so. Ja. Und da wurde das Loophole aufgemacht, dass ich einen Chaplain Dreadnought mit einem Chaplain Dreadnought schützen kann, weil immer der eine neben dem anderen steht in drei Zoll und der eine ist nicht targetbar, dadurch wird der andere irgendwie auch nicht targetbar. Das war das Problem. Die Lösung wäre gewesen zu sagen, außer, also, darf durch Modelle, durch Einheiten mit mehr als drei Modellen oder Fahrzeuge oder Monster geschützt werden, außer, diese haben das Charakter-Keyword. Das wäre die smarte Lösung gewesen. Jetzt haben wir den Fall, dass halt fast nichts mehr, also, das ist deutlich weniger, also, es wurde jetzt gelöst über die neuen Lebenspunkte-Regel, dass halt Charaktere, kleine Charaktere, nicht andere Charaktere schützen können, auch wenn sie das Monster oder Vehicle-Keyword haben. Ist erstmal zu begrüßen. Das Problem ist, dass jetzt kleine Transporter wie Venoms oder Starweaver, die bei einer Armee, die nur irgendwie sieben Auswahlen im Kodex hat, wie Harlekins, dazu führen, dass man nur noch die Troops und die Bikes hat, um Charaktere zu schützen, solange die noch drei Modelle mehr als, mehr als drei Modelle haben, was bei fünfe Einheiten relativ schnell nicht mehr der Fall ist. Das ist ein richtiges Problemgrad. Der große Grafpanzer von euch oder der große Grafpanzer, wie viel Lebenspunkt hat der denn? Der ist genauso groß wie ein Starweaver, gleiches Chassis, sechs Punkte, sechs Lebenspunkte. Ja, also das ist, finde ich, eine krasse Übersehung, wie heißt das? Das haben die einfach übersehen oder so oder ist es einfach nicht smart gelöst. Es hätte einfach lieber über das Charakter-Keyword gelöst werden sollen, als über die Größe des Modells weil das sind ja auch so Landspeeder oder keine Ahnung. Ja, aber prinzipiell aber wo du gerade Landspeeder ansprichst, da würde ich, prinzipiell verstehe ich ja die Logik dahinter und ich finde sie auch nicht schlecht, aber das trifft halt einige Armeen unverhältnismäßig hart. Weil die Regel irgendwie in einer Space Marine Armee könnte ich direkt so unterschreiben. Das macht irgendwo ja Sinn. Aber bei Armeen, die einen relativ low Model Count haben und so abhängig von ihren Charakteren sind, wie es bei eben den Harlequins und zum Teil aber auch bei Tau, das darf man auch nicht vergessen, dass dann auf einmal Piranhas und sowas halt eben nicht mehr schützen. Das ist schon ein Ja, also ich weiß noch nicht, wie heftig der Impact ist, aber das ändert eine ganze Menge. Also ich meine, in meinen Matchplane, also wie bewege ich überhaupt, wo stehe ich, was kann ich überhaupt machen? Ja. Das ist dramatisch. Wir gucken mal, wie sich das auswirkt. Auf jeden Fall bin ich ein bisschen sauer. Ja, zu Recht. Ja. Das tat schon mal viel. Und dann gibt es noch bei der Secondary für Psychic Ritual, da gibt es ja dieses wunderschöne Ich-spar-mir-das-Casten und mache halt dieses psionische Ritual und wenn man das dreimal macht, dann gibt es 15 Punkte hinten raus als Secondary. Schönes Ding. Da gibt es eine kleine Änderung. Das war nämlich so, wenn du einfach mehrere Psyker hattest, dann konntest du halt pro Runde irgendeinen anderen Psyker aussuchen, der das macht und musstest nicht darauf achten, dass irgendwie irgendwo einer wegstirbt. Jetzt ist es so, dass ein und derselbe Psyker das dreimal machen muss. Das ist ein heftiger Nerve. Ja, das ist ein heftiger Nerve, macht Secondaries weiterhin schwierig. Also ein weiteres Secondary, das weiterhin schwierig ist oder noch schwieriger als vorher. Ja, absolut. Ja, die kriegen dann halt ein riesiges Tagel auf den Kopf, sobald du irgendwie mit denen das Ritual anschmeißt. Dann hat der Gegner quasi dann noch zwei Runden Zeit, den Typen über einen Haufen zu schießen. Ja, und jetzt stell dir mal vor, dein Transporter schützt dich nicht mehr. Das ist ja schlecht. Ja, ungefähr so schlecht, ja. Na gut, das ist das. Dann gibt es, du hast es besser auf dem Schirm, diese Desperate Breakout Regel, wird geschlagen durch Regeln, die sich festhalten im Nahkampf und die zurückzufallen, aller Art, also wie von der Epitome von Witches, keine Ahnung, es gibt über den Tyrasen-Stratageen, also diese ganzen Sachen, die sagen, du darfst hier nicht weg, die kann man auch mit dem Stratageen nicht kontern. Genau, aber du darfst das immer noch zünden, wenn du zum Beispiel versuchen willst, ein paar Jungs von dir zu töten. Ja, oder auch das eine Modell, das da gekettelt ist, ja. Ja, genau. Auf die Sechsen. Das darfst du halt immer noch beziehungsweise auf die Eins, also man kann sich da quasi befreien dann. Genau, also das darf man immer noch, aber ansonsten schlägt festhalten, weglaufen. Ja. Und dann gibt es noch kleine Feinheiten, was die CP-Regain angeht, da ging es dann darum, ja, eigentlich sagt das Buch ja, man darf nur ein CP regenerieren pro Runde, aber wie ist das denn mit bestimmten Fähigkeiten, da wurde das halt einfach nochmal klargestellt, dass zum Beispiel es geht wirklich ausdrücklich nur um Stratter-Gamer, weil du ein CP ausgeben musst, wie bei den Tyranniden, aber du kannst mit Sachen, die viele Trendrills haben, wie Genestealern, gibst du ein CP aus, nachdem du einen Charakter getötet hast und kriegst dann W3-CP. So, Problem ist, irgendwie, wenn du das machst jetzt, also vor dem FAQ, dann hast du halt ein CP ausgegeben, um maximal einen zu bekommen. Genau. Dann hättest du das auch schenken können. Und jetzt kannst du halt tatsächlich bis zu zwei bekommen, also die W3, also gibst einen aus und kannst drei bekommen. Das kann nicht so richtig lohnen. Das ist richtig, aber das ist auch nochmal eine Klarstellung zu zum Beispiel Sachen wie für Harlequine, die ja würfeln, wie viele Ja, aber das war schon klar, ja, dass die nur einen bekommen, maximal. Die kriegen ja eigentlich so viele, wie sie bekommen dürfen, also wie viel das gekostet hat, dann würfelst du, es hat drei gekostet, du würfelst drei, dann kriegst du drei, aber das ist auf eins gecappt. Das steht schon im Grundregelwerk. Achso, ja, aber das ist da ja in dem Text nochmal klargestellt. Von daher passt das auch. Und ja, das waren eigentlich auch schon die gesamten Inhalte aus den neuen FAQs. Ja, also das dickste Ding ist wahrscheinlich das mit den Lookout-Star-Regeln, mit furchtbaren, unintendierten Konsequenzen, meiner Meinung nach, aber gut. Für das Spiel als ganz sicherlich das richtige FAQ, für Harlequine ist es ganz schlimm. Ja, gut, das ist leider so, ja. Gut, happy dad. Happy dad. Dann gehen wir kurz ins Päusken und dann kommen wir gleich zurück mit echten, frischen Eindrücken. von Forty-Key-Spielen. Mhm. So machen wir das. So sei es. So, Bootcamp in Oldenburg am letzten Wochenende. Es war gar großartig. Wir hatten ganz viele tolle Menschen zu Gast. Der Janek hat das Ganze georgert und mit dem Spieltraum in Oldenburg, dem Club, der ist, das Hygienekonzept abgesprochen. Und dann konnten wir da unter Corona-konformen Bedingungen quasi spielen. Zu Gast hatten wir die Spitzkligger aus Hessen. Da gehört der E-Haube dazu. Und dann hatten wir dabei den Fred von Breaking Heads. Dann hatten wir die Kings of the Hill mit am Start. Und reichlich Leute von unserem Club, von den Forty Kings. und 36 Grad aus Marokko waren auch da. Alle da, alle 36. Ja, aber die waren weniger Gast als eher Gastgeber, hatte ich so das Gefühl, weil die wollten noch nicht gehen. Die haben dann ihr Turf einfach verteidigt. Ja, es war sehr, sehr heiß. Es wurde viel Wasser getrunken, das musste halt auch sein. Und natürlich hatte man dann an einigen Tischen, beziehungsweise an einigen Tischen, man hat halt auch Maske getragen, das hat dann jetzt auch nicht dazu getan, dass es dann irgendwie wesentlich schöner wird, weil dann hat nicht nur der Körper geschwitzt, sondern auch das Gesicht. Ja, gut. Das ist halt so, da muss man durch, wenn man Würfel schmeißen will. Haben wir ja auch überlebt, glaube ich. Aber irgendwie so in der Praxis, Erfahrung, so jetzt rein von dem Hygiene-Ding her, ich finde ich, dadurch, dass die Tische so weit auseinander waren, ging das erstmal ganz gut, dass zwischen den Spielen quasi Abstand war, zwischen den einzelnen Partien. Und am Tisch musste man sich gegebenenfalls mal daran erinnern, so dieses, schmeiß mir mal eben die Mini rüber, nee, ich gehe selbst um Tisch und so. Ja, genau. Aber dann muss man selber halt, wenn der andere um Tisch geht, auch wieder einen Schritt beiseite machen. Also, das hat garantiert auch nicht zu 100% funktioniert, aber es waren alle ein bisschen darauf bedacht. Ja, genau. Da waren die Köpfe auf jeden Fall offen und nur so kann das ja dann auch funktionieren. Ja. Wir wollen ja mal nicht ein Päpsellicher als der Papst sein, aber es gibt halt gewisse Guidelines, an die man sich halten muss und das versucht man nach bestem Gewissen auch hinzubekommen. Manchmal verpennt man das einfach. Ich stehe auch auf einmal in irgendeinem Laden drin und whoops, habe die Maske noch nicht auf und muss das mal eben schnell ändern. Das passiert halt leider mal. Aber auch da muss man wirklich sagen, da hat jeder sein Bestes dann getan, dass das Ganze vernünftig über die Bühne geht. Wir haben ein wunderbares Mannschaftsfoto auch vorher geschossen. Das war sehr schön. Das war eine große Freude, dass die Leute da waren. Da werdet ihr sicherlich auch noch bei unseren Freunden von den Kings und bei Fred sicherlich auch noch das ein oder andere drüber hören, über diese wunderschöne Veranstaltung. Aber es war vor allen Dingen dann für uns auch wirklich das erste Mal, neunte Edition, mehr 40k halt mal zu spielen, als irgendwie ein Spielchen mal zu machen über TTS. Also es waren bei mir jetzt, also ich hatte vorher eins, ein Spiel gemacht. Deswegen war das für mich halt komplett erstmal ausprobieren. Ich kann mal erzählen, womit ich da angelaufen bin. Ohne große Hoffnung auf Erfolge, einfach nur so um zu sehen, wie funktionieren Dinge. Ich bin mit Harlequins, Monoharlequins gekommen, Souring Spite. Ich war eigentlich in der jüngeren Vergangenheit und Ende der achten eher bei Frozen Stars, also eher nachkampflastig. Ich habe aber gemerkt, dass die Synergien einfach von Bikes und Souring Spite einfach unschlagbar, die es advanced und trotzdem normal schießen können. Gerade mit dem Dreier-Retter-Strategie, dass du nur nach dem Advanced ziehen kannst und so, das bringt dich bei Frozen Stars immer in so Zwickmühlen. Das ist richtig gut, wenn man dran denkt, ne? Ja, also wenn man dran denkt, den Dreier-Retter zu ziehen, ist es noch besser. Wie dem auch sei, ist eine Souring-Spite-Liste geworden mit zwei Shadows hier, wovon beide eine Extra-Rolle bekommen haben. Der eine minus ein Attacken-Aura, der andere minus sechs auf Range beim Gegner-Aura. Dann ein Fruitmaster, einfach mal so. Zwei Death-Jester, einer davon kein Overwatch, minus zwei bewegen, der andere mit dem Relikt-Ding und im Ernter-Trade, also bei größeren Einheiten, macht er zusätzliche Hits und hat das fette Ziggurachs-Lament-Gewehr, das sicherlich ein Wackelkandidat ist, schon beim Listenbau war, weil es halt so hart genervt wurde und nicht mehr mit dem Einschussprofil keine neuen Hits generiert. Ja, vorher war das ja ein Autotake. Vorher war das Autotake und völlig OP. Jetzt ist es halt nur deswegen noch interessant, weil es 36 zur Range hat, im Vergleich zu einfach nur 24. Ist das so wichtig auf den kleineren Karten jetzt? Ja, natürlich. 36 ist auf den kleineren Karten richtig gut. Und 24 ist immer noch mehr. Meine ganze Armee schießt 24, toll. Ganz schön mehr. Oh nö, geht. Und dann hast du durch die Fahrzeuge kannst du auch noch advancen und so, also der kann im Fahrzeug sitzen und rumadvancen und trotzdem rumballern und dann hat er halt immer dieses Minus 3. Selbst auf dem kleinen Gewehr, der ist ein Horden mehr einfach dann. Der hat so viele Orks im ersten Spiel getötet, unglaublich. So, genau, dann habe ich viermal Fusionspistolen-Troops in Starweavern mit jeweils fünf Fusionspistolen und vier Caresses und zwei nackte Troops und zweimal fünf Haywire Jetbikes. und das ist schon alles und das ist gar nicht mal so viel. Das ist halt jetzt extrem wenig, wo ich meine Charaktere nicht mehr mit Transporthand schützen kann. Na gut, das werden wir dann sehen. Erstmal bin ich mit der Liste gekommen, um rumzuprobieren, so wie fühlen sich die Harlekins in der neunten an, können die diese Missionen eigentlich spielen und so. Genau. Das ist, vielleicht erzählst du auch, was du gebracht hast. Ja, ich habe Custodes gebracht. Ich habe mich mega drauf gefreut, endlich Custodes spielen zu können. Ich habe die Armee ja seit drei Jahren oder so und habe eigentlich immer nur Einzelteile davon gespielt, also mal viele Bikes oder drei Shield Captains oder so, aber die haben halt nicht, also ohne Forgeworld-Sachen haben die eh nie funktioniert, aufgrund dessen, dass halt CP-Farmen einfach für die einfach nicht gingen. Also du konntest keine vernünftige Liste mit denen bauen und hast irgendwie CP gehabt, damit die du auch mal benutzen kannst. Und das ist jetzt dank der neunten Edition Thing of the Past jetzt kriegt man vernünftig CP, jetzt kann man die ganzen Stratagems nutzen und da leben die Custodes einfach von. Beim super low Model Count müssen die Stratageme einfach gut sein, das sind sie in diesem Fall und die müssen sitzen und genau das wollte ich auch testen. Wie gesagt, hatte ich vorher eigentlich immer Bikes gespielt und das war jetzt mein erstes Mal, dass ich sehr Terminator-lastig gegangen bin. ich habe dabei gehabt Trajan, dann den unbezwingbaren Shield Captain auf seinem Fahrrad. Über den wir schon viel gehört haben. Genau, klar. Auch Shadow Keepers. Dann dreimal die Sagitarum Guardians, also das ist zum Beispiel eine Forgeworld-Einheit, die habe ich jetzt drin gehabt, weil ich mir dachte, dass ich ein bisschen mehr Range-Beschuss brauche und das machen die eigentlich ziemlich gut mit. Ich habe gerade gesagt, ein Großteil der Armee hat oder der ganze Armee hat 24 Zoll, ist nicht ganz richtig, die haben zum Beispiel 30 Zoll mit ihren Heavy-Boltern und das läppert sich, wenn du dann irgendwie hast du pro Runde, solange die halt leben, sag ich mal 27 Heavy-Bolter-Schüsse, da klitzst du halt dann schon mal so T3, T4-Modelle irgendwie 7 bis 11 pro Runde dann weg und das läppert sich einfach. Schon gut. Dann dazu hatte ich, na klar, die Wexiller Magnifica für minus 1 zu Hit oder was heißt, na klar, das ist auch so ein Wackelkandidat, das Ding. Und ein Paket Alarus-Terminatoren, 5 Stück und ein Paket Aquilon-Terminatoren, 5 Stück das Paket und dann einen Telemorn-Heavy-Dreadnought und das sind 23 Modelle und 2000 Punkte bis Todes. Bah. Bah. So. Ja, das ist kompakt. Das ist kompakt. Aber auch beide Listen ein bisschen dieser Trend zum Elitären, ne? Also sowohl meine als auch deine. Ja gut. Also der Listen baut da hin, keine Ahnung, das wird sich bestimmt auch noch wieder ändern, aber aktuell, bei Kosturus kannst du ja eh nicht viel anders machen. Wollte ich gerade sagen, da kannst du von so einem Elitären-Konzept gar nicht weg. Also klar, du kannst halt irgendwie die Guards spammen, aber auch, wenn du die halt ein bisschen haltbarer machen willst, dann sprechen wir auch von Runde 170 Punkte für drei Mann, ne? Mhm. Ja. Also ich bin zum Beispiel bewusst ein bisschen Elitärer geworden, also mehr Troops in Autos, einfach weil dieses Troops im Auto haben heißt, du musst erstmal das Auto zerstören und dann stehen die Troops halt immer noch am Marker. Ich glaube, das ist eine wichtige Funktionalität oder ich habe zumindest geglaubt, dass es eine wichtige Funktionalität ist. Ja und vorher, wo die auch noch den Schutz gehabt haben, den Charakterschutz, dann hat es sehr effektiv, muss man erst einen Transporter töten, dann muss man den Inhalt töten, dann muss man den Charakter töten, dann muss man sich sehr viele Layer, wenn du einen Marker freiräumen willst. Genau. Ja und gleichzeitig habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, dass fußläufige große Einheiten Troops halt irgendwie lag mir eh nicht so. Ich habe die oft verschwendet. Genau. Das sind so die Listen gewesen, mit denen wir hingefahren sind. Genau. Und dann war es halt im Vorfeld so, dass wir haben eine kleine Liste gemacht, wer was mitbringen will, sodass wir halt durchtauschen können, dass jeder mal gegen das testen kann, was er möchte und dass wir halt so einen groben Überblick irgendwie bekommen, was funktioniert für uns und wie funktionieren unsere Listen beziehungsweise die Armeen gegen bestimmte andere Armeen, genau, wie funktioniert Gelände, wie funktioniert es mit den Secondaries und das war ehrlich gesagt auch ein wirkliches Auf und Ab. Also ich habe irgendwie das komplette Vertrauen ins Spiel habe ich jetzt noch nicht, aber es sind natürlich super viele Erkenntnisse einfach gewesen, man war richtig, richtig viel gelernt. Also mein erstes Gefühl war so beim Secondaries Picken immer so ein furchtbares Halbwissen, oh dieses Scrambler-Zeug, das klingt ja irgendwie jetzt erstmal machbar und dann sagt dir mitten im Spiel jemand, das kannst du aber nur mit Infanterie machen. Oh, das ist ja scheiße, ich habe das die ganze Zeit mit Transportern gemacht. Es ist halt auch beim Picken selber noch nicht so genau die Bedingungen der Sachen zu kennen, weil du dann doch irgendwie am Tisch jetzt nicht jede Secondary nochmal genau durchliest. Also ich habe zumindest irgendwie noch in diesen Kategorien von ITC denkst, so Killmore, ja ja, kriege ich hin, Recon, ja ja, ne so. Also ich hatte mir das schon ein bisschen vorher angeguckt, deswegen habe ich auch zwei Spiele gemacht mit Secondaries, wo mir eigentlich klar war, dass die Kostur das nicht so gut kann, aber weil ich das einfach testen wollte, wie sich das auf dem Spielfeld verhält, das hat sich dann dummerweise auch richtig stark bestätigt, sag ich mal. Ja, ich habe mich tatsächlich immer bei einem verpickt. Also ich habe Secondaries, die für Harlequins einfach Autotakes sind, also es ist Reconting, Engage on all fronts, man muss jetzt anfangen das bei den richtigen Namen zu nennen, also Engage on all fronts. Ja, wieso, wir sagen doch auch immer noch Feel no Pain. Das ist richtig. Egal, also das ist auf jeden Fall relativ leicht zu machen, wenn man daran denkt. Da muss ich sagen, habe ich oft auch nicht daran gedacht, weil ich irgendwie noch nicht im Modus neunte war, weil dieses Marker stehen bleiben Ding noch irgendwie wichtiger war und weil der Kopf noch woanders ist, hat das bei mir noch nicht so richtig gut funktioniert, aber es war niemals der falsche Pick. Dann habe ich dieses Scrambler Ding oft genommen, Deploy Scramblers. Das würde ich glaube ich auch weiterhin tun. Auch wenn es nicht durch, wenn es nur durch Infanterie geht, weil das glaube ich durch die Mobilität der Harlekins relativ gut zu gewährleisten ist, aber ich muss mal ganz genau gucken, ob dann zwei nackte Troops irgendwie genug sind, um das hinzukriegen, weil die dann auch relativ schnell gehen und die vollen Troops sind halt irgendwie zu wertvoll, um eine Runde nichts zu machen. Deswegen sind diese ganzen Take-Action-Sachen und Race Banner und sowas das ist für die Harlekins nicht gut. Genau, den habe ich oft genommen, würde ich erst mal weiterhin prüfen, aber in dem Einspiel gegen Masse-Orcs, also da habe ich gegen 120 Orc-Boys und 12 Smasher-Guns gespielt und habe halt Masse-Killen und Fahrzeuge-Killen genommen und ich konnte halt effektiv, das hätte man auch ahnen können, nur eins von beiden wirklich bedienen, weil aus Maxen, da muss man genau gucken, das ist eigentlich mein absolutes Damage-Potenzial, da habe ich viel zu wenig Fahrzeuge getötet. Ja, das Problem hatte ich nicht, weil ich habe auch gegen die Masse-Orcs gespielt und habe da auch Töte-Fahrzeuge genommen, dann hatte ich Zieh die Fahne hoch und ich weiß gar nicht, was das letzte war, muss ich nochmal gleich mal gucken, welche es gibt, dann kann ich mich bestimmt auch wieder dran erinnern. Aber was ich sagen kann, ist, Race Banner funktioniert für Custodes nur leidlich bis gar nicht. Ja, in dem anderen Spiel habe ich mich auch irgendwie verpickt, ich habe, glaube ich, Charaktere töten gehabt, das war gegen Death Guard, das habe ich, glaube ich, fast ausgemaxt und dann hatte ich da auch Recon und ich überlege gerade, was das letzte war, da habe ich nämlich fast gar keine Punkte gemacht. Ah ne, das war auch dieses Scramble, aber das hat nicht so gut funktioniert da. Genau, und dann im letzten Spiel, das war gegen White Scars, habe ich gepickt Fahrzeuge, das war okay, habe ich fast ausgemaxt, Recon habe ich da ganz schlecht gespielt, einfach wäre aber ohne weiteres drin gewesen und Scrambler war auch drin, war aber da der falsche Pick, wenn man es richtig gespielt hätte, also wenn wir es vernünftig gespielt haben, wir hatten es aber beide falsch auf dem Schirm. jetzt fällt mir ein, natürlich habe ich den Autothek für meine Crestodos-Liste genommen, Why We Stand, We Fight. Ja, da müssen deine dicken Charaktere wahrscheinlich die teuersten Einheiten und die Terminatoren überleben oder so. Ne, die zwei dicken Charaktere und der Telemon. Ah ja, ist der Shield-Captain teurer als die Termis? Es geht um Modelle, nicht um Einheiten. Ach so, das ist ja stumpf. Das macht das Ganze nämlich dann auch schon wieder interessant, weil riesige, fette Einheiten, die kannst du dafür nämlich nicht gut nehmen, aber teure Einzelmodelle. Verstehe. Na gut. Dann klemmt auf einmal auf irgendeinem komischen Witzauto dann doch nochmal irgendwie eine Knarre, die er niemals braucht, einfach damit man das nochmal über den Threshold pusht. Ja. Ja, aber sonst Secondaries, ich habe dann jetzt auch irgendwie aus einem sehr begrenzten Pool gewählt, weil ich mir viele auch nicht ganz so genau studiert habe, so ob das was wäre. Da werden jetzt weitere Testspiele einfach mal zeigen müssen, kann ich vielleicht doch Race-Banners machen oder sowas. Oder was ist mit, ich glaube, Harlekins haben auch gute Chancen für dieses Halte-Mehr-Marker, also die Mehrzahl der Marker. Das geht eigentlich, das habe ich mal so beobachtet während des Spiele und dachte, oh, das wäre jetzt, hätte, ja, hätte schon wieder, ja, okay, weil das ja am Ende deiner Runde ist, da hat man das ja in der Hand. Ja, also ich muss sagen, dass ich mir eigentlich jetzt bei den Änderungen, die GW mit den FAQs rausgehauen hätte, nach dem Wochenende jetzt eigentlich nochmal eine relativ spezifische Änderung gewünscht hätte und das ist, dass in der ersten Runde keinerlei Aktionen gemacht werden dürfen. Weil viele von, deswegen habe ich das so forciert, mal mit Race the Banner zum Beispiel zu spielen, aber das kannst du halt total vergessen, wenn du halt nur sechs Zoll latschen darfst. Die meisten Marker liegen halt solide zwölf Zoll außerhalb der Aufstellungszone, das heißt also Einheiten beziehungsweise Armeen, die Scouts haben oder Scout-Bewegungen vollführen dürfen, haben dann einen massiven Vorteil, können sich auf den Marker setzen, bereiten sich für die Primär schon vor und können gleichzeitig schon direkt dann ihre Aktionen machen und für Secondary losscoren. Aber da hast du doch als Gegner genau noch mehr Gründe, du willst die da eh weghaben, weil die auf den Markern sitzen, dann willst du die da erst recht weghaben und der muss die voll exponieren. Ich weiß nicht, ich finde das nicht so schlimm. Also das kostet dich als der, der es macht ja durchaus auch. Also gerade irgendwie 500 Trupp Scouts davor schieben, dann sind die halt extra tot statt nur tot. Ja, aber die Fahne hängt doch schon, ob die tot sind oder nicht, ist doch egal, die Fahne hängt ja. Das ist ja das Ding. Also du hast, die bleibt, bis du sie runterziehst, ne? Ja, genau. So. Und du hast keine Runde, um zumindest das zu verhindern. Beziehungsweise das finde ich halt super schwierig und Einheiten, die halt wirklich, Infanterieeinheiten, die schnell unterwegs sind, haben da einen enormen Vorteil. Aber die Aktion kann nicht durchgeführt werden, wenn der Typ Nahkampf kämpfen muss, ne? Ne. Also wenn du da rein chargst und dir einfach zwingst zu schlagen, dann kriegen die das Banner gar nicht hochgezogen. Ja, ja, das ist schon richtig. Aber da, gerade gegen Space Marine wirst du da ja sehr häufig einfach gar nicht zu kommen, weil es da ein bisschen mehr als einen Layer gibt, durch den du erstmal durch musst. Also frei dahin wackeln und losschlagen ist ja meistens nicht drin. Ja, ja gut. Also kann ich, finde ich einen guten Hinweis darauf mal zu achten. Ich habe da noch keine Einschätzung zu, deswegen finde ich gut, dass du darauf hinweist. Also bei mir ist das halt so gewesen, dass wenn ich anfange, dann bin ich halt schon dazu gezwungen, direkt Hackengas zu geben und zu advancen, sodass ich dann halt zumindest dann Anfang Runde zweimal auf so einem Marker stehe und dann anfangen kann, die Fahne hochzuziehen. Und meistens ist es dann so, dass dann aber auch schon der Gegner ankommt. Das ist halt genau diese Gegenbewegung. Und wenn du diese Runde vorher halt nicht in die Bewegung investierst, sondern schon da bist, dann ist das ein enormer Unterschied. Ja. Ja, soviel zur Secondary-Beobachtung. Ja, also ich glaube, da liegt, glaube ich, ganz viel Gewinnen und Verlieren drin. Vielleicht noch so abschließend in den Secondaries, weil die Primärmission, hatte ich das Gefühl, weil wenn du die deutlich gewinnst, dann hast du eh gewonnen. Das passiert aber fast nie, dass du das so da deutlich vorne legst. Also was ich so im Überblick gesehen habe, über die Spiele insgesamt, wo man irgendwie vorher vielleicht vermuten sollte, ja, so 40, 45 Punkte, die sollte man ja grundsätzlich mal eben gemacht bekommen. Das ist definitiv nicht der Fall. Findest du? Ja, also ich habe ganz vielen Tischen, hier mal 30, in einem Spiel sogar gesehen, dass beide 15 gemacht haben. Also so in den 40er-Bereich ist es äußerst selten gegangen. Jetzt nur bei der Primär. Ja, ja, genau. Nee, es geht nur primär. Achso, okay, ja, das glaube ich auch. Da geht es eher um 30 als um 45. Genau. Und dann sollte man auch gleichzeitig sich genau nämlich diesen Gedanken machen oder davon verabschieden, dass irgendwie, dass man die Secondary in Richtung 45 Punkte punktet. Also wir reden eigentlich, glaube ich, nicht von Beispielergebnissen davon, dass wir häufig so 80, 90 Punkte sehen, sondern dass es sich wirklich so zwischen 55 und vielleicht 70 Punkte irgendwo da bewertet. Ja, ich habe irgendwie am Wochenende gesagt, 60 ist das neue 30, bezogen auf ITC-Scoring. Da war so 30, 32. Damit hat man das Spiel gewonnen in der Mehrzahl der Fälle. Ja. Ja, und oft war es dann halt wie 29, 32 oder sowas, ja. Aber da hast du es gewonnen. Sobald du die 30 geknackt hast, hast du in der Regel gewonnen. Ja. Ja, und ich denke, da gibt es trotzdem noch sehr deutliche Siege mit 40, 41, 42. Klar, das passiert immer. Aber ich glaube, so ähnlich wird es auch sein, dass du mit 60, 65, wenn du das erreicht hast, dann hast du wahrscheinlich gewonnen. Und wahrscheinlich wird es viele Spiele geben, die so irgendwo, wo beide so im 50er- bis 70er-Bereich liegen, aber dass nur einer davon oft über die 60- oder 65er-Schwelle kommt. Ja. Aber das ist jetzt erstmal eine graue Theorie und überhaupt keine Mathematik dahinter. Das ist einfach nur Bauchgefühl. Ja, genau. Aber das eröffnet ja, finde ich, dann auch verstärkt die Frage und gut, das haben wir jetzt nicht so großartig besprochen am Wochenende, aber für Turnierorganisatoren natürlich die wirkliche Frage ist, geht man dann auf Zoom oder sagt man Battle Points? Oh, bitte, bitte kein Battle Points. Finde ich auch vollständig. Wenn man nur 100er, also das ist ja effektiv, nur 100er-Matrix hat, wobei in jedem Spiel können alle die gleichen Punkte erreichen. Ja, es gibt leichte Unterschiede in den Missionen. Manche Missionen sind schwieriger, weil man da mehr Macker halten muss und sowas. Aber im Prinzip ist das Kontinuum 0 bis 100 Punkte in jedem Spiel gleich und es sind auch ungefähr gleich zu erreichen. Und für jeden Spieler in jedem Spiel. Und dann gibt es überhaupt keinen Grund mehr umzurechnen. Natürlich könnte man jetzt noch sagen, ja gut, jemand, der einfach nur Punkte sammelt, der vier 80er-Spiele macht und ein Nuller, der steht am Ende auf Platz 2. Das wollen wir. Das ist halt diese uralte Entscheidung. Will ich den belohnen, der die Agro-Liste spielt, der vier Gegner rasiert und einmal verliert, weil er denn so Agro ist, dass er halt einmal das nicht vertragen kann und nicht anfängt oder so. Oder will ich halt gerade mit dieser ganzen Mechanie, mit dem Abwechseln aufbauen, mit diesem kniffligen Anfang. Ich muss eher defensiv aufbauen. Will man da nicht eher den belohnen, der halt die Mission so spielt, dass er sie gewinnt. Ja, der das Spiel halt spielt. Genau. Das muss man ja schon so relativ... Der guckt, wie viel scoret der Gegner, wie viel muss ich scoren. Also ich glaube, das angenehme Spiel für uns alle ist, wenn wir 60 zu 50 Spiele haben, wenn wir viele davon haben, weil beide versuchen, die Mission zu gewinnen, anstatt sich runter zu blasten, als wenn wir ganz viele 80 zu 0 Spiele haben. Ja. Oder 80 zu 10. Genau. Das war jetzt auch in den UK, ist ja ein Turnier gewesen. Das hat der Alex Harrison gewonnen. Der hat auch fünf Spiele gewonnen. Eins verloren, ist aber erster geworden, weil er halt irgendwie dreimal auch 100 Punkte geholt hat, weil er halt irgendwie eine Armee gespielt hat. Ich glaube, 15 Aggressoren oder so und dann einfach die Gegner, wo er angefangen hat, halt einfach direkt vom Table gewischt hat. Ja. Und ja gut, dann ist er einmal halt auf den einen getroffen, gegen den das nicht passiert ist. Aber dann hat er so viele Battle Points, weil die ihn nach Battle Points gespielt haben, hat er das Ding nach Hause gebracht. Ich hätte mir gewünscht, dass im GT-Paket Aussagen zum Turniermodus sind. Das wäre schön gewesen. Ist überhaupt nicht der Fall. Jetzt muss sich das wieder jeder selber überlegen. Ja, meine Stimme hat Sonnen. Auf jeden Fall. Also auch einfach, weil dadurch glaube ich, dass das Listen-Building halt einfach interessanter wird, wenn es nicht mehr auf Ordnung geht. Genau, weil du halt auch mehr oder häufiger, bei AdMech, weiß ich nicht, oder sehe ich das zumindest, ist ganz deutlich, dass du dann eher so hin zu Tech-Auswahlen gehst, die vielleicht nicht so den super Output haben, aber die dir in entscheidenden Momenten irgendeinen Vorteil bringen können. Die würde ich halt irgendwie zu Hause lassen, wenn es nur um Ruhe Gewalt geht. Ja. Ja. Ja, was haben wir sonst? Ja, aber du hast es ja schon angesprochen eigentlich. Alternierendes Aufstellen, da beginnt es ja quasi. Das ist ja jetzt quasi als fest integriert. Ja, ich habe das, also wir beides hatten mal eine Zeit lang, fand ich, also ich bin generell, finde ich, komplett aufstellen und dann stellt der andere komplett auf, komfortabler. Also einfach aus diesem reinen, reinen Bequemlichkeitsgrund, und ich muss mich erst mit dem Gegner auseinandersetzen, wenn er hingestellt hat, ist es nicht da schon so viel Anspannung. Und ich kann vielleicht auch nochmal auf Klo gehen oder was, wenn er aufbaut. Rein umgebungstechnisch. Rein logistisch. Hat nichts mit dem Spiel direkt zu tun. Rein taktisch ist es natürlich viel interessanter, abzuwägen, was stelle ich wann, wo stelle ich es hin. Ja. Kriege ich meine Bubbles direkt gut gebaut und sowas, wenn ich nicht irgendwie noch rumschaffeln kann. Also das finde ich auf jeden Fall spieltechnisch interessanter. Als Teil des Spiels finde ich es auch interessant, aber es setzt den Stresslevel im Spiel direkt von Anfang an auf 100. Ja, auch weil du sehr früh sehr wichtige Entscheidungen treffen musst. Wenn du siehst, wo stellt der Gegner was hin, ist das jetzt ein Bait, weil er da zwei Einheiten auf die eine Seite stellt. Bedeutet das für mich, ich muss schräg rüber oder nehme ich den Bait doch nicht an und stelle mich dann doch parallel und fange da an meine Bubbles hinzusetzen und oh, dann wechselt er ja doch und ich muss die ganze Zeit überlegen. Und da kommen wir ja auch noch zu einer Problematik, dass es halt viele Armeen gibt, die Redeploy-Möglichkeiten haben. Das macht das, finde ich, bei diesem alternierenden Aufstellen nochmal ein bisschen gefährlicher als im Komplettarmee-Aufstellen. Aber insgesamt, ich war ja sowieso immer ein Verfechter von dem alternierenden, von daher freue ich mich sehr, dass es dabei ist. Ich finde das einfach total spannend und einen super interessanten, taktischen Kniff einfach. Eben, das ist so ein bisschen dieses, das ist ein leichtes Bait-Game. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, das ist nochmal so ein bisschen so ein Aufmerksamkeits-Check, wenn du dein Kram aufbaust und auf einmal, ups, ich bin doch nicht in der Bubble drin. Ja, das ist ja doof. Solche Sachen, das finde ich total gut, in Verbindung mit dem danach auszuwürfeln, wer anfängt. Ist das eigentlich, ich finde, das ist ein grundsolide Kombo. Ich habe von vielen jetzt gehört, dass sie gefühlt haben, also das Gefühl ist, dass man irgendwie schon weiter war, was das Deployment angeht, aber weil viele das alternierende nicht mögen. Ich bin damit soweit bis eigentlich sehr zufrieden. Ich finde auch, dass, also die Mechanik, jetzt gefühlt hat es bei mir für ausgeglichene Startsituationen gesorgt. Außer in dem ersten Spiel am Freitagabend, wo ich einfach komplett noch in der Achten war, wo Daniel sagt, ich bin jetzt Defender. Ja, okay, dann fange ich ja auf jeden Fall an und so habe ich aufgebaut. Alternierend. Ja. Jeder Einladung habe ich voll an die Kante gepresst. Ich fange auf jeden Fall an. Ja, dann war ich froh, dass Harley-Kinds ein Redeploy-Strategium hatten, weil ich nicht anfing. Ah, siehste. Das ist ja, also das ist schon mal ein großer Unterschied. Das Risiko würde ich ja niemals gehen. Also wenn ich wach wäre und einfach, ne, das erstmal verinnerlicht habe, dass ich nicht auf jeden Fall anfange, wenn er Defender ist, dann stelle ich ja ganz anders auf. Also dann würde ich niemals so Euro spielen. Das mache ich sowieso, also das fand ich sogar in der Achten irgendwie, als man es Ende der Achten bei LTC wusste, dass man auf jeden Fall anfängt, schon irgendwie doof. War auch oft ein Trap irgendwie, komplett aggro zu stellen. Aber gut. Ich finde es so gut. Kurzum. Ja. Mir gefällt das auch. Zusätzlich ist, ja jetzt auch noch in allen Missionen, dass die festen Marker, die Position, das hatten wir ja auch quasi gerade schon, gerade wenn es in Richtung Secondaries geht, sind da natürlich dann einige Einheiten bevorteilt gegenüber anderen. Was sagst du zu komplett für alle feste Marker in jeder Mission? Und unterschiedliche Anzahlen auch? Ja, ich habe nie verstanden, warum wir Marker legen müssen. Gerade bei dem Versuch, ein gebalancedes Spiel zu machen, also ausgeglichene Startsituationen zu schaffen, warum wir dann bereits, bevor das Spiel beginnt, irgendwie durch einen Roll-Off, dafür sorgen, dass einer eine bessere Ausgangsposition hat. Ja, ist vielleicht auch in Verbindung mit dem jeweiligen Gelände nochmal wieder was anderes, da kommen wir ja auch noch zu. Genau. Ja, dass die, ich glaube, es geht sowieso schon mal erstmal nur, weil es geht viel besser jetzt, wo es fester Deployment Zones für jede Mission gibt, dann auch die Marker festzulegen. Das nimmt auch ganz viel Probleme irgendwie aus der Kombination von Markern und Deployment Zonen raus. Ich finde das gut. Und Gelände ist dann halt der dritte entscheidende Faktor dabei. Und es wird, da gab es jetzt auch schon viele Diskussionen, wahrscheinlich nicht, dass eine Mastergelände geben, dass für jede Mission und jede Markeraufstellungskombo eine vernünftige, gleichzeitig halbwegs symmetrische oder zumindest faire Geländeverteilung irgendwie erlaubt. Das wird noch knifflig, sage ich. Ja, da wird man sich noch überlegen müssen, wie man es genau macht. Also bei Marker bin ich bei dir. Ich finde es halt auch besser, wenn die festfliegen. Ich fand halt das Markerspiel am Anfang macht keinen Unterschied, wenn beide das Markerspiel beherrschen und tötet den einen, der halt vielleicht Anfänger ist und dann auch nicht den Überblick hat. Dann wird der halt noch mal härter gebumst gegen den einen, der schon länger dabei ist. Fand ich nie sonderlich interessant. Von daher finde ich es gut, dass das dann auch raus ist, das Getier. Ich glaube, bei einer Mission kann man sogar noch ein bisschen rumschieben. Aber ja, einmal das und was du sagst, Gelände, da werden wir uns als Organisatoren natürlich große Gedanken drüber machen müssen. Also man hat jetzt über das Wochenende gemerkt, so was man braucht. Also ist klar, das ist halt Sichtschutz. Man braucht auf jeden Fall Wälder, beziehungsweise so Industrial, Dense Terrain, wo man drüber schießt und Modifier bekommt. Das ist super. Also geländetechnisch beste Erfindung. Mega smart, finde ich total gut. Gibt mir auch gut. Und also das auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben teilweise noch mal ein bisschen zu wenig Gelände auf den Platten gespielt. Das wird sich dann zeigen. Man braucht halt eine gewisse Mischung, dass Obscured halt auch Fenster hat, sodass man die halt irgendwie taktisch auch benutzen kann, dass man die, also A, Fenster und B, bin ich derzeit ein Verfechter von Bases, sodass es ganz klar ist, wenn man irgendwo drin, also dass du ganz klar die Entscheidung treffen musst. Gehe ich in das Gelände rein, um den Marker zu halten, sehe und werde sichtbar oder bleibe ich außerhalb der Base, werde nicht gesehen, aber kann den Marker nicht halten. Und ich glaube, wir brauchen aber nicht so eine, diese gedachte Dreieckslinie in den L-Ruinen zum Beispiel, sondern wir müssen quasi eher konturbetonte Bases haben. Das wird aber natürlich extrem schwierig umzusetzen. Ja, ja, aber ich glaube, das wäre so das Coolste, um genau das, was du gerade sagst, umzusetzen. Und was, was glaube ich, wahnsinnig wichtig ist, und da sehe ich den Trend auch hin, ist symmetrisches Gelände. Das heißt also, dass beide Seiten gleiches Gelände haben. Davon muss ich mich erst noch überzeugen lassen. Ich glaube, dass faires Gelände wichtig ist und Huckenasymmetrie dem Spiel gut tut, damit auch die Seitenwahl zum Beispiel in der Relevanz hat. Ja, ich finde, also mein Plädoyer für das Symmetrische ist eben, dass du ein Random, du hast jemanden, der Random auswählt und dass du hast noch einen Random Wurf, der anfängt. Und gewinnst du beide, stehst du auf der besseren Seite mit besserem Gelände und darfst beginnen. Und das finde ich zu viel Gewicht auf einer Seite, wenn ich dann derjenige bin, der in der Gunline entgegensteht und hat das schlechtere Gelände und der kann sofort loslegen, das spricht mich ehrlich gesagt nicht an. Und von daher, weil damit man halt diesen ersten Random Faktor negiert, indem man sagt, okay, eigentlich ist es relativ egal, auf welcher Seite ich stehe. Ja, das muss auch egal sein. Es muss eigentlich, es muss tatsächlich egal sein, fast auf welcher Seite ich stehe. Da stimme ich dir sogar zu. Und trotzdem bleibt irgendwie bei mir ein Wunsch nach Asymmetrie und ich sehe die Asymmetrie tatsächlich dann eher im No-Man's Land. Ich muss faire Ausgangspositionen in den Aufstellungszonen haben, das sehe ich genauso, das ist total wichtig. Und ich muss aber ein bisschen offen lassen, dass der erste Move quasi einen Unterschied macht. Ja, da hast du recht. Dass ich mit meiner ersten Bewegung, ich muss mir meine erste Bewegung überlegen, während ich mir die Seite auswähle. Und dann kann ich zum Beispiel, gibt es bei dem einen vielleicht ein höheres und bei dem anderen ein flacheres, aber breiteres Terrain. Und ich habe vielleicht eher Infanterie. Also will ich vielleicht eher hinter das Flache, aber breiteres. Also wähle ich für meine Armee die bessere Seite aus. Für den anderen ist vielleicht aber genau die andere Seite auch die richtige. Vielleicht wähle ich deswegen die andere, damit er nicht seinen guten Blocker kriegt oder sowas. Also dass über die Spielfeldmitte, über das No-Man's Land, ein bisschen Asymmetrie hergestellt wird, die darum taktische Entscheidungen beinhaltet. Das ist ein schöner Gedanke. Also das gefällt mir sehr gut, was du sagst, weil das führt dazu, dass man sich halt auch die Gedanken machen muss, dass wenn ich von meiner Aufstellungszone rede, dann ist das nicht nur die Aufstellungszone, in der ich aufbauen darf, sondern ist das effektiv meine Spielfeldhälfte, die ich in meinem ersten Zug bespielen kann. Genau. So hast du das auch wunderbar dargestellt. Genau das Zeug, was du in der ersten Runde erreichen kannst, mit dem du dann spielen kannst, nicht direkt beim Aufbau, vom Start, sondern plus Runde eins. Das ist quasi das Gelände, was mir zur Verfügung steht. Aber dieses plus Runde eins, da gebe ich dir recht, das darf gerne ein bisschen Varianz haben. Nicht zu stark, aber die Aufstellungszonen sollten auf jeden Fall symmetrisch sein. Gut. Ja, Gelände. Also Gelände auf jeden Fall auch noch nicht ganz rund. Ich glaube, wir hatten auch noch nicht alles dabei, also ich nicht, also so Barrikaden und Heavy Cover. Nee, genau, nee, sowas hatten wir nicht. Ja, da ist noch nicht alles irgendwie ausprobiert worden, aber ich denke, das wichtigste Ruin, Obscured, Wälder, also dieses Dents und auch einfach Hügel und sowas und diese Interaktion, kann ich sagen, gefällt mir richtig gut. Ja, also macht halt Gelände, Gelände ist einfach ein wahnsinnig wichtiger Bestandteil des Spiels jetzt, nicht nur irgendwie aufgrund dessen, dass man gucken muss, werde ich gesehen oder werde ich nicht gesehen, aber eben kriege ich bei der gegnerischen Bewegung noch ein Minus 1 irgendwie to hit auf meine Einheiten drauf. Wenn ich in den Wald reinlatsche, dann habe ich weniger Bewegung, dann schleiche ich da durch das Mistding durch und das kann halt ewig viele Runden dauern und das macht einen enormen Unterschied aus und von daher, ich finde es auf jeden Fall gut, dass das Gelände jetzt ordentlich Regeln bekommen hat. Ich finde, es ist zu prinzipiell, sind die Geländerigen vielleicht ein Tucken zu kleinteilig geworden, aber das wird sich, glaube ich, dann auch, irgendwann wird das auch ins Blut übergehen und dann hat man das auf den Fingerspitzen. Das ist ein bisschen so wie mit der Fülle von Secondaries jetzt, am Anfang, das ist alles noch so ein bisschen überfordernd, da auch die Feindeteils irgendwie rauszulesen und so, das kommt mit der Übung, denke ich auch. Aber ich finde es schön, dass GW auch für sich gesagt hat, okay, wir gehen weg von den Karten und sagen von sich aus selber, okay, wir machen das mit Festen, wir übernehmen die Grundidee von ITC und machen das daran, führen dann so unsere Checkliste und das finde ich super, weil man auf der einen Seite kannst du von vornherein, wenn du dir deine Sachen aussuchst, gucken, okay, was ist die Stärke meiner Armee, habe ich meine Armee auch auf gewisse Secondaries ausgebaut, dass sie die schaffen kann, was passiert denn, wenn ich auf einen Gegner treffe, der mir die vielleicht gut ausblocken kann, wie kann ich gewisse Secondaries dem Gegner erschweren, im Spiel oder schon während des Listenbaus, weil man dann grundsätzlich Übersicht hat, das ist viel Planungssicherheit, das macht das Ganze dann also weniger random lastig, was ich gut finde, weil wir in dem Spiel halt mit den Würfeln sowieso einen enorm großen random Faktor haben, das gefällt mir insgesamt echt gut, ob die halt, ich kann noch nicht ganz vergleichen, inwiefern die alle fair sind, gerade was ja irgendwie Kill the Warlord angeht, naja, also das ist halt, das war vorher bei ITC ja auch schon so, dass du halt irgendwelche Missionen hattest, die du wirklich gar nicht gepickt hast, weil deine Armee konnte das irgendwie nicht angehen, da musste der Gegner schon total mitspielen und hat das dann meistens trotzdem nicht, also das ist halt dann, da sind auch schon wieder so einige bei, die halt irgendwie nie gepickt werden. Ja, die werden dann vielleicht irgendwann mal angepasst oder so, das finde ich aber auch okay und irgendwann kann man vielleicht mal jemanden damit überraschen. Weil keiner mehr es auf dem Schirm hat, so. Ja. Und das werden natürlich wahrscheinlich wird es ein Pool von irgendwie sieben, acht Missionen sein, die alle am Ende auf dem Schirm haben, wo man seine Armee drauf optimiert. Und interessant finde ich halt auch die Idee, es gibt ja in ganz vielen Kodizes so Strategems, die halt sagen, die ja noch auf die Malstromkarten bezogen sind, wenn du eine Karte ziehst, die dir nicht gefällt, schmeiß weg, zieh eine neue. Könntest du dir vorstellen, dass in den neuen Kodizes die Möglichkeit bestehen wird, mit Game durch ein Strategem die Secondary zu switchen? Nee. Viel zu mächtig. Kann ich mir nicht vorstellen. Naja, aber viel zu mächtig, ich hätte mir auch nicht vorstellen können, dass es irgendwann mal ein Strategem Kanzel gibt, aber hier ja. Ich hätte mir auch nicht vorstellen können, dass es irgendwann mal ein Zweier-Retter, Zweier-4-0-Pay mit Reroll geben, wunderbar. Das war in der siebten. Ich weiß. Ich wollte nur Präzedenz. Ja, natürlich. Also es ist nicht ausgeschlossen, dass es etwas nicht gibt, nur weil es zu mächtig ist. Aber ich würde es mir nicht wünschen, dass es das gibt. Wenn das alle bekommen, dann wäre das so eine Sache. Also wenn du irgendwie mit Game merkst, okay, ich kann diese eine Secondary, die ich gepickt habe, kann ich einfach nicht bedienen. Ich koste mich zwar drei CP, aber ich will die jetzt wechseln. Ja, weiß nicht. Spekulativ. Ja, nee, klar, spekulativ, aber kann man ja sich mal dran rumkauen, ob das was wäre. Du musst dann aber irgendwie bis spätestens zur dritten Runde oder so, weil sonst kannst du echt, wechselst du Runde 5 einfach zu einem Secondary und hast es dann, weil du weißt, dass du es erfüllt hast oder so. Ja, oh, meine drei teuersten leben noch. Dann switche ich doch mal eben in Runde 5 auf Why We Stand We Fight. Tada. Ja. Ja. Was haben wir noch? Wir haben gespielt. Ja, wir haben auch ein bisschen gespielt. Gut, wir haben jetzt hauptsächlich um alles drum herum, wie wir das Spiel an sich erlebt haben. Das finde ich ist auch wesentlich wichtiger als einzelne singuläre Spielerfahrung. Ja, als auf so bestimmte Matchups irgendwie einzugehen, weil die sich dann ja auch wieder klar auf unsere Armeen und unsere vorortigen Listen, sage ich mal, komplett beziehen, um da einen kleinen Ritt durchzumachen. Ich habe gegen Hanjo gespielt von den Kings of the Hill, gegen seine Druk-Hari-Harlekin-Liste mit ganz vielen, also mit Taloys und Harlekin-Bikern und weiß der Geier nicht was, Fleischberg. Die sind schon fest, das kann man schon sagen. Quintessenz aus dem Spiel, dass diese Shadowskeeper-Strategy mit minus eins Stärke die absolute Hölle ist für die, weil Grotesken dann im Nahkampf halt dann eigentlich doch nur Stärke fünf haben und dann auf einmal nur Stärke vier und dann wird es halt nur noch auf die fünf verwundet und dann kommt das schon gar nicht so geil und die Taloys schießen ihre Waffen mit minus zwei AP ab und oha, ich habe ein Stratagem für Ignore minus eins und zwei AP und dann ist das auch schon nicht so geil gegen die Thermis. Learning daraus ist allgemein Einheiten, die den Gegner zuletzt zuschlagen lassen, den Trend hat man in vielen Listen sowieso schon gesehen und die sind unfassbar gut. Ja, die sind jetzt viel besser, weil du dann ja, also ich habe ja immer diese Vorstellung von drei Tiers, die es gibt beim Zuschlagen, du schlägst zuerst zu, du schlägst normal zu oder du schlägst zuletzt zu und bisher waren diese Strategien oder diese Fähigkeiten nützlich, insbesondere die Vex-Stater-Mask, aber alle, die so waren, aber nicht übermächtig, weil du bist halt von Tier 1 du chargst, du schlägst zuerst zu, wirst du runtergestuft zu, du schlägst zuletzt zu, außer wenn du gecharged hast oder nee, ja, zumindest mit der einen Einheit konntest du auf jeden Fall trotzdem zuerst zuschlagen. So war das Wording irgendwie. Ich weiß nicht mehr genau, woran es jetzt gerade hängt, da hängt mein Gehirn, aber im Prinzip... Am Strategium für unterbrechen wahrscheinlich. Nee, das ist einfach in diesem... Wenn diese Einheit gecharged hat... Ah ja, jetzt weiß ich es wieder. Wenn die Fähigkeit sagt, wenn diese Einheit gecharged hat, wird sie stattdessen behandelt, als hätte sie nicht gecharged. Also sie kommt dann nicht in das zuletzt Tier, sondern sie kommt in das mittlere Normaltier. Und in der achten war im Normaltier derjenige, der dran ist, der erste, der pickt. Also konnte diese gecharged habende Einheit trotzdem zuerst zu schlagen. In der neunten schlägt aber der Gegner zuerst zu. Und das ist halt der riesige Unterschied. Das ist total gut. Ja, ich wollte irgendwie... Ich war im Spiel gegen Death Guard irgendwie dreimal kurz davor, den Solitär in diesen Foul-Blight-Spawn zu jagen und sagen, ja, dann knipse ich den halt eben aus und dann ist dieses zuletzt zuschlagen Ding vorbei. Dann sind wir halt einfach gestorben. Durch diese ganzen heroischen Interventionen von irgendwelchen Dämonenprinzen hast du nicht gesehen und dann bin ich einfach weg gewesen. Ja, wir standen auch. Also gegen die Drukari standen wir bestimmt drei, wenn nicht sogar vier Runden im Zentrum rum und er hat halt mit der Vexater-Mask permanent irgendwie meine Aquilons ausgewählt, die halt immer zuletzt zugeschlagen haben und er hat dann mit allen Leuten drauf getrommelt, wie blöde. Wir sind dann halt sukzessive geschmolzen, haben mir aber dennoch den Sieg geholt, weil die halt obseg sind und der ganze Drukari kram halt nicht. So, und da stand halt ein Terminator auf dem zentralen Marker und da hat es sich gut gehen lassen. Reicht. Reicht, ja, genau. Aber Erkenntnis aus dem Spiel ist definitiv, dass solche Fähigkeiten wie die Vexater-Mask und wie der Imperium kann das ganze Gedöns ja auch reinkriegen durch den Inquisitor mit dem Drachen auf dem Arm, der kann das ja auch. Space Marines nehmen den Judicar, das ist schon richtig heftig. Also das ist definitiv sind das Fähigkeiten, die den enormen Unterschied machen und wenn ich mir dann das anschaue, dann ist es halt so, dass ich die neue Art und Weise, wie Lookouts hier geregelt wird, halt dann doch wieder besser finde, wenn man die irgendwie wegbekommt und da eine Chance hat, weil diese Fähigkeit einfach so ultramächtig ist. Ja. Ja. Ich habe aus meinem ersten Spiel auch ein Learning. Ich habe gespielt gegen 120 Orgs, Gasgul und 12 Mechans vom Daniel, vom Erzfeind. Von den Spitzklickern. Erstmal meine persönliche Erkenntnis war so, ah ja, Masse geht, okay. Also ich hatte ein bisschen mehr Schiss davor, als ich glaube, ich hätte haben müssen. Das geht auch mit den Paralikins ganz okay. Das Spiel war geprägt davon, dass wir beide ein paar große Fehler gemacht haben. Ich habe von meinem Aufstellungsfehler schon berichtet. Er hat ein paar Reihenfolge Dinge falsch getimt für sich. Er hat mich unterbrechen lassen zum Beispiel. Dadurch war das Spiel so im Ausgang ein bisschen geprägt. Deswegen finde ich das gar nicht so aussagekräftig. Das war sehr offen, sehr brutal. Aber die Erkenntnis ist, dass 12 schockende Mechans halt irgendwie in Pfund sind. Ja, reservierte. Ja, genau, reservierte. Das ist gar nicht auf Mechans bezogen, sondern auf die Heavy Hitter insgesamt. Das ist halt, gerade mit einer Armee wie Harlequins, hast du eigentlich kaum eine Chance, das irgendwie an den Seiten auszuscreenen. Nicht relevant jedenfalls. Gerade Sachen, die so weit schießen wie Mechans und eh von der eigenen Kante reinkommen können, das ist sowieso egal. Aber diese Fähigkeit, den eigenen Heavy Hitter einfach spät kommen zu lassen, super cool. Ja. Das macht halt einfach viele Sachen, die wir noch gar nicht auf dem Schirm haben, glaube ich, viable. Ja, also was, also bin ich ganz bei dir, was aber auch dazu gehört, ist, dass du dann gleichzeitig was auf dem Feld baust, was den Gegner halt auch beschäftigt, ne? Wie 120 Boys zum Beispiel. da musst du als zweiten Part halt irgendwas haben, was aufs Feld flutet oder aggressiv aufs Feld vorrückt und den Gegner dann da beschäftigen, sodass du halt dann auch eben die Zeit rausholen kannst, bis die dann aus der Reserve kommen, ne? Mhm. Genau. Also ich habe ja auch das gleiche Spiel habe ich auch gehabt gegen den Daniel, habe da auch gegen die, gegen Gasgul und seine 120 Freunde gespielt und die ganzen Meckerns und so. Das war ein ganz wunderbares Spiel, weil wir haben das so, ich sage mal, Art of War mäßig gemacht und weniger voll gegeneinander gespielt, sondern die ganze komplette Trainingsspiele gemacht und geguckt, okay, was kann wer wie machen, damit es am besten funktioniert, die Secondaries vorbereitet, den Gegner ausblockt, gegnerische Punkte minimieren, seine eigenen maximieren und so. Schön. Das war super interessant, das so runterzuspielen. Mein Learning daraus war, dass, also Kustodis kann auch mit 120 Boys umgehen, können die ganz gut wegmähen mit der Zeit, ein, das war vielleicht auch das Spiel, wo ich schon so ein bisschen gemerkt habe, ja, vielleicht ist der Tillemon, ist ein Wackelkandidat, der hat dann halt gut Meckerns weggeschossen, Meckerns insgesamt, das ist, gehen gut, die können einfach gut sterben, ist okay, aber da hast du dann halt auch, bei den Meckerns musst du halt irgendwie immer gucken, wenn du, die haben sechs Leben und ich habe halt irgendwie vier Schuss, Treffen auf die zwei, Wunden auf die drei mit Rerolls, da kannst du halt nicht irgendwie die Waffen aufteilen und sagen, zwei Schüsse gehen da rein, zwei Schüsse gehen da rein, weil dann kriegst du halt keine zwei Meckerns so kaputt und dann am Ende kriegst du halt keine kaputt, also musst du immer einmal sicher gehen und das habe ich häufiger gemerkt mit der Bewaffnung, dass das irgendwie so ein bisschen so zerstörerisch, wie die ist, die hat nicht in jedem Spiel irgendwie wirklich die Berechtigung da zu sein und dafür sind es halt echt viele Punkte, die irgendwo rumliegen. Was ich noch gemerkt habe, ist, dass, was wir auch schon gesagt haben, wie unfassbar wichtig und gut Wälder sind, die waren für mich wahnsinnig gut, die waren für ihn super hilfreich, für ihn vielleicht noch einen Tucken mehr, weil sobald ich mit meinen, mit meinen Terminatoren so einen blöden Wald berühre, dann schleiche ich da ja auch durch, das ist schon richtig krass, da muss man sich echt Gedanken machen über den Trade-Off. Will ich jetzt das Minus-Eins-To-Hit haben oder will ich halt irgendwie mal irgendwann während des Spiels von A nach B irgendwo ankommen, ja. Das hat sich da auch ganz stark gezeigt. Genau, Secondaries, da hatte ich irgendwie alles kill dies, kill das. Das ging auch ganz gut. Dann gewisse Dinge, wie schockende Einheiten, dann halt wirklich hinter Gebäude, wie interessant ist das, die anzugehen, wenn die, sag ich jetzt mal nicht, den Mega-Damage-Output im Beschuss haben und vielleicht eine Runde nochmal bewegen müssen, um in die Nähe eines Markers zu kommen und dann sogar einen Chart schaffen müssen, muss man sich darum kümmern oder eben nicht. Da hatte ich in der achten wesentlich häufig, durch das größere Feld, hatte ich da, fand ich, ist das eine ganz andere Spielsituation, als es jetzt der Fall ist, weil das ist so komprimiert, dass die Kinder, die halt irgendwo reindroppen, dann doch gar nicht mal so weit von allem weg sind, wie man das von vorher kannte, weil das Niemandsland an den Außenstellen kleiner geworden ist. Ja, definitiv. Da habe ich vielleicht dann zu meinem Zweiten, da habe ich gegen Death Guard und Nörgle gespielt, 20 Mann Plague Marine Granatenbombe mit all den Charakteren, die man dafür braucht, zwei Prinzen, sechsmal Nörglinge und drei Plague Burst Crawler und ich habe, das war der Dennis von den Spitzklickern und wir haben beide, das war mein drittes und sein zweites Spiel, neunte oder so, wir haben beide ein bisschen an uns rumgestimpert, sag ich mal und da war aber genau das Thema, das kleine Feld. Man möchte meinen, dass es seinem Granatenbämmchen da irgendwie auch relativ entgegenkommt, zeigt sich aber, dass dieser Minus-Sex auf Range-Trait vom Shadow Seer irgendwie ganz gut dagegen ist. Die kommen halt nie mit den Granaten an, wenn ich das nicht möchte. Im Gegenzug aber die ungeheure Geschwindigkeit der Hardegins, das war im Ork-Spiel noch gar nicht so wichtig, weil der mir eh entgegengesprungen ist. Aber jetzt in so einem Match, wo halt auf jedem Marker irgendwie Nörgling-Bases stehen und hinter der Ruine schon Nörgling-Bases für die nächste Runde in Reserve für diesen Marker stehen und so, war das so, oh Gott, ich kann ja jetzt überall sein. Verdammte Axt. Und dann war ich halt auf vier von sechs Nörgling-Base-Markern irgendwie auf einmal und konnte die alle angehen. Ich habe nicht alle getötet, aber von der Geschwindigkeit her alleine zu sagen, na gut, ich stehe hier ganz kompakt hinten links in meiner Ecke und am Ende meiner Runde 1 stehe ich halt rechts in der Mitte, links ganz hinten bei ihm drin und überhaupt. Diese Geschwindigkeit ist, glaube ich, total wichtig. Hardegins sind da natürlich exzellent da drin, aber ich glaube, es ist für jede Armee ein totales Plus, die einfach mit 12, 14 Zoll Bewegungsgeschichten um die Ecke kommt, um das kleine Feld auszunutzen. Ja, entweder das oder halt seine Hälfte des Spielfeldes zu bespielen. Das ist ja das Kostos-Konzept quasi, auch da dem kommt natürlich dann auch feste Marker absolut entgegen, dass du dann sagen kannst, das sind meine drei Marker, die werde ich jetzt bespielen und vielleicht Druck noch auf den vierten machen, so dass du da deinen Fuß nicht hinsetzt, aber jetzt irgendwie nicht wild quer über das Feld springend auf den hinterletzten Marker, wo der Gegner sicher sitzt. Den wird er dann sicher haben, ich muss mich um die anderen kümmern, weil das einfach nicht mein Spiel ist, da ranzukommen. Aber das geht halt auch, weil es eben feste Marker gibt. Würde man die legen, wäre das schon wieder eine ganz andere Geschichte, glaube ich. Aber so kann man sich halt von vornherein eben sicher sein oder wissen, okay, diese zwei Marker plus das Zentrum, die besetze ich und dann muss ich mir Gedanken machen, wie ich das schaffe, dass ich den Gegner überpunkte zumindest irgendwie. super interessant. Super interessant. Ja, und mein drittes Spiel, das hat eher gezeigt, dass ich einfach nicht funktioniere, wenn es warm ist. Da habe ich gegen Chaos gespielt und da hat Jamil mich einfach stehen lassen. Der hat das einfach super gut gespielt. In der ersten Runde hat er meinen Telemon mit seinem Helldrake abgebunden, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Ich habe zwei Secondaries nochmal zum Testen gepickt, das Race the Banner und die von der jeweiligen, von der Mission, wovon ich, glaube ich, am Ende null Punkte gemacht habe. Dann habe ich gemerkt, dass so Oblids ganz gut schießen und Laserkanonen ganz gut schießen und wenn halt dann irgendwie die Retter nicht fallen, dann fliegt dir alles um die Ohren. Und wenn du, ich bin ja auch noch am Trainieren mit Custodes, wenn du halt Sachen nicht auf deinen Fingertipps hast, dann können Dinge ganz schnell bergab gehen. Gerade bei so super heftigen Qualitätsbeschuss, wie er dabei hatte, dass ich dann zum Beispiel in den ersten beiden Spielen die ganze Zeit denke, oh, muss ich irgendwann mal Unleash the Lions machen, um meinen Terminator-Trupp irgendwie zu trennen? Nö, musste ich nicht und im dritten Spiel hätte ich es gemusst und habe es vergessen, dass es das Strategy im Ging. So solche Sachen, das ist dann eher nochmal, einfach nochmal so der Hinweis für mich selber, dieses Spiel kann ich nicht mit halber Birne spielen, weil als ich endlich wach war, war es halt viel zu spät, weil Jamil das einfach super runtergespielt hat und mich dann halt total zersägt hat. Ich habe kaum Punkte gemacht, ich glaube, ich bin am Ende nicht mal auf 30 Punkte gekommen und hatte irgendwie noch zwei Lebenspunkte über und zwei Modelle über und er hat halt auch die Strategyms immer genau im richtigen Moment gezündet. Mein Aquilon ist dann am Arsch der Heide gelandet, weil ich nicht auf dem Schirm hatte, dass Alpha Legion sich zwölf Zoll wegstellen lassen können. Dann hatte ich nicht auf dem Schirm, dass sie einen plus drei auf den Explosionswurf haben. Das ist übrigens ganz, ganz, ganz scheiße, wenn Telemann hochgeht. Der explodiert nämlich in sechs Zoll für W6-Bunden und da habe ich dann hohe Zahlen geworfen endlich und das führte dann dazu, dass man so gesehen hat, boah, wenn man so vier, fünf, sechs, sieben Sachen irgendwie nicht auf dem Schirm hat, dann kann man sich halt auch nicht beschweren, dass man am Ende richtig ins Gras beißt. Nö, das ist immer so. Ja, aber das ist natürlich auch ein schönes Learning eigentlich, weil wenn es vorher gut läuft und man dann nochmal so einen richtigen Nackenschlag kriegt, dann ist man zumindest wieder wach und an sowas erinnert man sich dann, wenn es wieder soweit ist. Ja, das ist richtig. Ganz kurzer Nachtrag zu meinem Spiel von eben. Dieses sechs Nörglinge irgendwie direkt Runde 1 überall hin verteilen und so, fand ich nicht so geil. Mit irgendwie, mit ein bisschen stabileren Sachen mag das gehen, obwohl Nörglinge auch nicht ganz unstabil sind, aber das ist, das suggeriert dir, dass du die Mission gerade voll gut spielst, aber sobald die weg sind, merkst du, dass du, oh, jetzt habe ich hier nur noch so ein kleines Kesselchen von meinen Leuten, dann hast du ruckzuck halt Druck auf drei, vier Marker verloren. Das ist, ja, keine Ahnung, kann man bestimmt auch auch mitarbeiten irgendwie als ein Element, aber ich fand es jetzt so, ich habe mehr davon erwartet, dass die tatsächlich mehr punkten, als die. Wie viele hat er? Sechs mal drei. Ja, der Trend geht ja zu weitaus mehr. Das sind ja, dann kann sie ja neuner Einheiten spielen und dann ist das schon viel. Ja, das ist wahrscheinlich ein ganz anderer Schnack, ja. Genau, mein drittes war gegen Adrian von den Kings of the Hill, mein langersehntes Rematch. Er hat White Scars gebracht, ja auch experimentell, wie ja im Prinzip alles ist, aber das war so Khan und Kaplan im Auto mit Bladeguard Veterans, also im Impulsor, noch ein Impulsor mit Bladeguard Veterans, hier diesem neuen Nahkampf Marines mit den Sturmschilden, die sind ganz gut. Rhino mit zweimal Graf drin, zweimal die neuen Biker in Dreier-Trupps und einen ganzen Haufen Landspeeder. Das war's, glaube ich. Ist gar nicht, ist dann auch irgendwie gar nicht so viel. Ich finde, man merkt die Punkteanhebung insgesamt bei allen ganz erheblich. Ist deutlich weniger auf dem Feld. Ja. Und das war super spannend, weil er halt nicht so einen starken Beschuss hatte und ich, also was ich eigentlich nicht gewöhnt bin so und er mir halt ziemlich entgegenkam und da war das kleine Brett auch wieder total spannend, weil er halt beim Aussteigen und Advanced und Chargen halt irgendwie auch so eine 20 plus Threat Range hat so und dann musst du halt echt, wo kann ich denn überhaupt hin so, wo ich denn nicht drin bin und trotzdem noch relevant sein kann und das ist dann gar nicht mehr so viel. Und das fand ich ganz erstaunlich, wenn er diesen Kommando-Impuls und dann nicht einmal erstmal irgendwo in die Mitte geparkt hat, dann kann er halt in alle Richtungen ganz schön Bedrohungen ausstrahlen. Und ja, das Spielliebe letztendlich ist es so, dass er sich ein bisschen overextended hat in Runde 1 und irgendwie ein bisschen zu viel wollte, irgendwie drei Viertel vom Spielfeld nehmen und oder sogar sieben Achtel irgendwie, also alles außer wo ich stand und dann war ich wieder beeindruckt von der Geschwindigkeit der Harlequins, weil ich halt in einer Runde mein komplettes, das ist ja kein Castle, aber so die kompakte Armee, sag ich mal, komplett verschieben kann von der rechten auf die linke Flanke, die komplett freiräumen, inklusive Biker und Sturmschild-Kaptain und hast du nicht gesehen, obwohl das war glaube ich erst in der Runde danach, egal, aber die Flanke komplett freiräumen die Bedrohung da neutralisieren, dafür den anderen Marker rechts liegen lassen, egal, so soll er sich den später irgendwann mal holen, aber ich brauche im Moment vor allem den, dass er mich nicht von drei Seiten überrollt, also räume ich eine frei und dass das ging, fand ich super cool, also das hat mich richtig gefreut, einfach so einen Move machen zu können, war super spannend, super eng, ich habe mich gefreut, dass ich es am Ende dann doch nicht ganz eng gewonnen habe, grüße an Adrian, das machen wir wieder, schön, aber auch da sicherlich ein paar wichtige Erkenntnisse, sowas, was Secondaries angeht, da muss man wirklich total auf Zack sein, da habe ich halt relativ regelmäßig dieses Recon-Ding vermasselt, gerade weil ich halt so ausschweifende Bewegungskoreografien gemacht habe mit allem, dann muss man das halt irgendwie auch noch am Schirm haben, ja gut. Also was ich auch noch aus dem Org-Spiel mitgenommen habe, ist halt wirklich dieses Primär-Verweigern, dass das wirklich so ein Tuck-of-Ohr, dass du den Gegner runterschieben, selbst draufgehst, dann kommt der Gegner, schiebt dich runter, geht selbst drauf, dann versuchst du das zu kontern, gehst drauf, schiebst ihn runter und musst darauf warten, dass er wiederkommt und das halt wirklich nicht auf einem Marker, sondern entweder entscheidest du dich, dieses Spiel auf möglichst vielen Markern zu spielen, weil du die Anzahl an Einheiten da hast oder du siehst halt zu, dass du die irgendwie wirklich secured bekommst, aber die Bewegung wird halt trotzdem stattfinden. Ja, und das ist total schön, ich finde das großartig. Habe ich glaube ich letzte Folge auch schon gesagt, das Prinzip dieser Mission, der Primärmission, sorgt für ein dynamisches Spiel und das ist genau das, was du gerade sagst, sondern dieses, ich muss was riskieren, um da rauf zu gehen, ich muss da aber auch rauf gehen und er holt mich da aber auch runter, aber das geht ihm ja genauso und da ist ganz, ganz viel Bewegung drin, ich finde das total großartig. Ja, findest du, fehlt dir jetzt im Vergleich zu vorher oder ich sag mal für andere Arten und Armeen, fehlen dir diese Möglichkeiten, primär irgendwelche Punkte durch Kills zu machen? Nee, gar nicht. Und ich glaube, es läuft eh darauf hinaus, dass wir Kill Secondaries nehmen, zwei zumindest, weil man das halt eh machen muss und viele andere Secondaries, wie Raise the Banner oder sowas, die muss man halt, dafür muss man aus seinem Weg gehen, dafür muss man woanders hingehen, als man eigentlich will. Deswegen wird man, glaube ich, tendenziell eher Secondaries picken, natürlich nur, wenn man sie erreichen kann, die Kill sind, weil Kill muss ich auf dem Weg eh machen. Deswegen glaube ich, dass Kill damit ganz gut abgedeckt ist und ich finde es gut, dass die Primärmission das überhaupt nicht beinhaltet. Ja, dass es also wirklich ein Missionsspiel ist. Ja genau, das gefällt mir persönlich auch unfassbar gut, aber ich habe ja auch vorher grundsätzlich gesagt, dass ich meine Listen in der Arten auch schon so gebaut habe, dass ich die Mission spielen kann und nicht den Gegner und nicht auf Gegner auslöschen spiele und von daher ist das natürlich nur, für mich nur nochmal schöner, dass das dann jetzt sich auch wirklich irgendwie so durch alle Armeen so ein bisschen durchzieht, weil das halt wirklich das Spiel ist und da kommt halt wirklich auch oben drauf, dass ich dann nochmal weniger Bock habe irgendwie, dass das Ganze dann Richtung Battle Points geht, wo dann doch wieder irgendwelche Leute einfach nur ihre Rasierlisten ausmachen. Ja und so vom Scoring her, von der Primärmission, hatte ich den Eindruck, dass man drei Runden holt, zwei auf jeden Fall hinkriegen kann. Das ist so, das sollte man eigentlich immer als Maßgabe haben, die 30 Punkte da mitzunehmen. Ich finde, der holt Moors echt schwer. Ist glaube ich nur zweimal in drei Spielen passiert oder so. Wichtig auch immer, wirklich genauer zu gucken in den Beschreibungen der jeweiligen Missionen, weil einige Missionen halt auch wirklich sagen, es gibt nicht fünf Punkte für Halte 1, sondern es geht erst los mit Halte 2, Halte 3 und dann Halte mehr. Ja, das ist total wichtig und das macht dann auch vielleicht sogar nochmal einen Unterschied, aber von dem Hole 2 würde ich sagen, sollte eigentlich immer der eigene Anspruch sein, um die Missionen mitzuspielen. Dann kannst du dir auch durchaus erlauben, das einmal abzugeben oder so oder mal in einem Secondary ein bisschen zu schwächeln, aber damit hast du eine sehr solide Punktebasis für alles Weitere und zu diesen magischen 60 Punkten irgendwie zu kommen. Ich finde, dass auch 40 Punkte primär keine Schwierigkeit sein werden für viele Listen. Also, dass du wirklich vier Runden kontinuierlich die Hole 2 machst, das ist nicht so arg schwer. Außer halt, du verlierst das Spiel gerade und dann verlierst du halt gerade in der letzten, also in der fünften Runde verlierst du wahrscheinlich das eine Mal das Hole 2 und dann kriegst du wahrscheinlich nur Hole 1 und wenn es ganz doof läuft, hast du zwei Runden nur Hole 1 und dann bist du schon ganz schön auf der Verliererstraße. Ja. Genau. Das ist leider so. Das hatte ich in meinem letzten Spiel auch, wo es halt erst Hole 2 zwei Punkte gab und das hat, glaube ich, ich glaube, ich habe einmal wirklich zwei Punkte gehalten oder so, aber das war ganz, ganz schrecklich. Genau. Gibt es oder ist in deinen Spielen dir irgendwas aufgefallen oder eher auch an den ganzen anderen Platten gibt es schon Armeen, wo du sagst, dass die das derzeit extrem beherrschen oder gibt es Einheiten, wo du sagst, boah, das muss nicht sein oder ist dir da irgendwas aufgefallen oder sagst du, momentan sind wir noch auf einem relativ guten Punkt Null, von dem alle loslaufen und es hat sich jetzt noch nicht so krasser, bekloppter Kram rauskristallisiert? Naja, also Marines sind halt weiterhin bekloppt. Ja, das stimmt. Also jetzt nicht unbedingt die sehr experimentelle Liste von Adrian, aber so das gute hergebrachte Ironhands-Gewalt-Konzept so. Ich finde halt weiterhin funktionieren. Ich finde halt voll daneben. Ja, also der Marine-Power-Level ist halt weiterhin S-Tier so. Dann hast du halt Armeen, die es wirklich gerade echt hart getroffen hat, wie Tau so. Janek hat es echt super tapfer irgendwie versucht, hier noch ein Konzept, da noch ein Konzept. Aber es ist halt echt super, super schwer für ihn. Also vielleicht muss man als Tau-Spieler ein bisschen umdenken, weil diese Mechanik Fallback and Shoot einfach, die war so wichtig für Tau. Ich weiß nicht, ob man umdenken kann. Das ist halt irgendwie vielleicht falsch. Vielleicht gibt es auch kein Konzept, in dem das geht. Aber diese Mechanikveränderung ist das, was Tau so richtig, richtig schwer mitnimmt. Es ist halt die Frage, ob die das irgendwie via Kodex zurückbekommen und wie lange man warten muss oder ob man jetzt sagen muss, okay, dann muss ich das ganze Ding halt komplett anders anpacken. Aber dann ist es halt auch gleichzeitig so, dass jetzt auch gerade diese Lookouts-Regel dann halt nochmal irgendwie so ein kleiner Tritt war, weil einige Listen dann ja schon Richtung, wie heißen die, Tetra und Piranha gegangen sind und dann hast du deine Charaktere da irgendwie hinter gehabt. Dann hast du eine schöne schnelle Liste gehabt, aber Charaktere kannst du damit jetzt auch nicht mehr schützen. Dann ist der Tauner, die jetzt genervt wurden. Gut, solche Viecher müssen auch einfach nicht super gut sein. Das ist total in Ordnung, aber das sind halt immer wieder, gerade wenn ich jetzt Tau-Spieler wäre, würde ich mich schon einen Tacken verarscht vorkommen irgendwie, weil es derzeit, also gefühlt kann man alle Nerfs immer so einen Tucken weit auch auf Tau beziehen und dann sieht es natürlich irgendwie schnell dunkel aus. Ich würde jetzt nicht sagen, dass da alles Doom und Gloom ist, aber also Tier S sind sie nicht, Tier 1 sind sie nicht, vielleicht sind sie noch Tier 2, aber ja und was glaube ich weiterhin stark ist, sind Shining Spears mit allen Elder Trickeries, die dazu gehören. Das ist halt genau so eine Einheit, die man braucht. Kreativ guter Input, fantastischer Output und die Geschwindigkeit. Kurs Todes definitiv, die sind für die Missionen gebaut. Da wird vielleicht dann irgendwann mit drehender Power Spirale irgendwann der Punkt kommen, wo die nicht mehr haltbar genug sind oder so, aber aktuell sehe ich, dass man damit auf jeden Fall gewinnen kann. Ich fand die Harlequine auch echt erstaunlich stark, also Mono-Harlequins hat mich überrascht, dass die die Missionen so gut mitspielen können. Aber schön zu sehen, dass total viele Leute einfach wirklich nur ihre Monolisten spielen, gar nicht so viele Allianz-Ideen da bisher kommen. Also ich habe mir bei Kostur das auch Gedanken gemacht. Ich habe auch eine Liste geschrieben, wo Sions mit dabei sind. Die habe ich jetzt zum Beispiel noch gar nicht angefasst. Ich weiß nicht, ob E-Haube noch Erfahrungen mit AdMech sammeln konnte vor Ort, am Samstag gerade leider ausgesetzt. Das würde mich interessieren. Da habe ich gar keine Einschätzung zu. Astra Militarum habe ich auch keine Einschätzung zu. Das werde ich jetzt diese Woche nochmal ausprobieren. Mal gucken, was Dom in Amsterdam gespielt hat. Der hat ja auch Mechaniker gespielt. Also ich habe dieses Wochenende auch Mechanikum nicht getestet. Das liegt aber auch daran, dass ich E-Haube und ich haben eine Liste zusammengebaut, die ich glaube ich ganz gut finde. Aber ich sehe bei AdMech wahnsinnig Probleme da drin, was das Abgeben von Secondaries angeht. Das ist der große Hemmschuh bei denen. Der Gegner kann da relativ gut Secondary Punkte farmen und das wird ein Problem werden. Der Damage-Output im Ballern ist wahrscheinlich das stärkste, was du momentan finden kannst. aber du musst halt AdMech ist so gemacht, dass du ganz viele Tech-Auswahlen eigentlich dabei hast und bestimmte Heavy-Hitter geben halt wahnsinnig viele Punkte ab und das wird echt schwierig, da eine Liste zu finden und diese Balance zu finden aus Damage-Output, aus Input und aus ich kann selber Secondary scoren und gebe nicht alle ab. Da krankt es. Wenn es nur um reine Ballerei geht, dann würde ich sagen, jo AdMech macht das schon. Diese Edition ist nicht reine Ballerei. Insgesamt glaube ich, für eine Tierliste ist es auch noch zu früh. Ich bin gespannt, wo Tyras sich einordnen. Ich glaube, da geht auch eine Menge. Drukari hat es hart erwischt, definitiv. Da muss auch, glaube ich, erst mal was passieren, bevor Leute das wieder ernsthaft in Betracht ziehen. Orks hat Spiel. Ich glaube, dass da auch verschiedene Konzepte wahrscheinlich gehen werden. Eher so Mech orientiert oder eher Masse. Ja. Ich weiß nicht, die Sisters scheinen auch zu gehen. Ich weiß nicht, wie gut. Da habe ich keine Erfahrung mit. Imperial Knights wird man wahrscheinlich nicht so sehen. Imperial Knights braucht eigentlich nur, die haben einen Warlord-Trait, glaube ich, und der ist, dieses Modell zählt wie zehn Obsek-Modelle. Knights brauchen Obsek und dann sind die, glaube ich, auch wieder im Spiel. Ja, vielleicht sowas. Ja, Dienststiler-Kult sehe ich erst mal nicht. Necrons habe ich auch gar keine Ahnung, hatten wir jetzt auch nicht da. Ich hoffe halt auf, dass den neuen Konex... Genau, und Chaos wird sicherlich auch Builds haben, die gut laufen. Ich denke, die werden den ganzen Antikostodes-Bild irgendwie raushauen mit Mortal-Woods-Spam. Chaos geht ja eigentlich immer, ne? Ja. Genau, aber das sind jetzt alles irgendwie sehr, sehr spekulative Einschätzungen. Wir haben jetzt wirklich auch nur einen klitzekleinen Ausschnitt von klitzekleinen Konzepten irgendwie bekommen bei diesem Bootcamp, aber für mich war so vor allem der Eindruck, Spielmechaniken, Secondaries, Spielfeldgröße, einfach überhaupt mal dieses Gefühl, für das Spiel zu bekommen. Und dafür war das echt großartig. Ja, das sehe ich auch so. Mal gucken, wie es über die nächsten Monate weitergeht. Derzeit bin ich sehr angetan von der Edition, da gibt es noch einige, oder gibt es sicherlich noch eine Menge Diskussionspunkte, aber es läuft sich ganz gut an, finde ich. Ja, ich denke, dabei können wir es wahrscheinlich auch belassen als Einschätzung und dann halt irgendwie jetzt in den nächsten Wochen in der nächsten Folge mal gucken, wo sich was einrödelt, so dann kann man, glaube ich, schon klarer sehen, was oben auf der Suppe schwimmt. Ja, aber so als erste Einschätzung der Mechaniken, glaube ich. Gehe, Suppe. Heiße Suppe. Das wäre jetzt genau das Richtige. Ja, was sagst du, Sepp, machen wir hitzefrei? Wir machen jetzt hitzefrei, ja, genau so ist es und schönen Dank fürs Zuhören, liebe Leute. Vielen, vielen Dank für das schöne Wochenende. Wir bedanken uns nochmal beim Taschengeldieb für Sponsoring. Wie gesagt, die Patreons kriegen bald eine kleine Nachricht und all dieweil, irgendwann geht es dann auch mit den Verlosungen los, deswegen haltet schön die Augen offen auf unserer Facebook und auf der Insta-Seite, da könnt ihr dann definitiv mitmachen und ansonsten, Benni, dir vielen Dank. Ach, dir auch. Wunderbare Gespräch, das war schön und ich glaube, ich werde mich jetzt irgendwo in den Pool oder See oder weiß der Geier nicht setzen. In die Sauna. Auch schön, ja, die ist kühler als hier oben. Siehste, ich wünsche dir viel Spaß dabei. Mach frei. Ich wünsche dir ich sagen, bis bald. Tschüss. Tschüss.